So, äh, meine Aufnahme läuft und hier sie, ich grüße sie. Hey Jim, was geht? Was geht ab? Na, wie geht's dir? Sehr gut, ich versuche das Audio noch eben kurz einzupegeln, dass du nicht wieder zu leise bist, weil auf meiner letzten Aufnahme warst du deutlich leiser. Ah ja, okay, soll ich jetzt einfach... Heute kann ich die Verstärkung komplett deaktivieren, du bist, also, keine Ahnung. Ja. Ja, super, hervorragend. Wie geht es Ihnen? Hatten Sie die Woche gut überlebt? Äh, also, ich hab einen neuen Sportplan angefangen und, äh, Maga, das ist wild. Ich hab Muskelkater aus der Hölle, ich kann nicht mal Auto fahren. So schlimm ist es. Jetzt so im Real Life oder in deinem Ring? Nee, virtuell. Ja, Real Life auch nicht. Habe ich schon... Ja, äh, ich hab schon gesehen, tolles Paket hast du gekriegt. Haben sie dir auch keins geschickt? Ich verstehe nicht, wieso ich das bekommen hab. Ich trinke keinen Alkohol, ich war noch nie auf dem Oktoberfest. Ich hab... Ich mein, Elgato kann das natürlich nicht wissen, aber... Ich, also... Ich freu mich trotzdem. Nee, ich hab das Paket nicht gekriegt, nee. Ich hab kein, äh, kein Package bekommen. Aber es haben, es haben echt viele Leute das Package nicht bekommen. Deshalb verstehe ich nicht, wieso, ähm, wieso ich da eins gekriegt hab. Keine Ahnung. Vielleicht bin ich nicht werbetauglich für sowas. Bei mir zieht immer nur Hardware. Brand safe, ne? Brand... Ich bin brand safe. Ich bin voll brand safe. Ja, ich bin auch... Ich mein, jeder sagt von sich, dass er sie als brand safe ist, ne? Nee, ich bin wirklich brand safe. Ja, ich... Also, ich... Du auch. Ich würde sagen, ich bin brand safe. Aber ich kann natürlich wie... Niemand kann immer garantieren, dass er komplett immer... Also, wenn ich sage, ich bin brand safe, dann meine ich damit, dass ich zu 99% brand safe bin. Dieses eine Prozent bin ich... Ich hab da auch in meinem Text stehen, dass ich familienfreundlich bin. Darauf werde ich ab und zu angesprochen. Also, mein Highlight war vor kurzem, dass mir jemand in den Chat kam und einen Mod angeschrieben hatte von wegen so, ähm, vielleicht ist euch nicht aufgefallen, aber ihr habt da, ähm, Bewegungstraining und familienfreundlich drin stehen, ähm, und ich komme in den Chat und es geht hier sofort um Gleitwomben und sowas. Also, das geht ja gar nicht. Okay, meinst du die Tags oder was? Ja, ja, klar, die Tags. Ach so, ich benutze die Tags gar nicht. Ja, die Tags... Niemand nutzt die Tags. Niemand. Muss man die nur einmal hinzufügen? Ähm, ja, und wenn du bestimmte Spiele startest, werden ja die Tags zu diesen Spielen automatisch genommen, ne? Ach so, okay. Ja, dann muss ich vielleicht auch mal neuen Tags einfügen. Vielleicht bin ich auch mal äh, familienfreundlich. Bin ich ja eigentlich. Du bist auf jeden Fall familienfreundlich, würde ich sagen. Ja, finde ich auch, gerade wenn es um Politik geht. Da sehe ich mich. Aber ansonsten war die Woche eigentlich ganz gut. Ich habe schon wieder so eine neue Schnapsidee, aber, äh, ich konnte mich glücklicherweise nochmal bremsen. Aber dazu später mehr. Okay. Ich würde das gerne mit dir, glaube ich, nochmal ein bisschen, äh, ausleuchten, was geht nämlich um Hardware. Bin ich jetzt, bin ich jetzt die Stimme deiner Vernunft, oder? Auch, auch, auch. Okay. Ne, ich unterhalte mich einfach super gerne mit dir. Tja. Don't buy this. It is crap. It's not worth the money. Das, äh, das, äh, das, äh, ist das ein Mikrofon? This is the GoPro Hero 10 Black. Ja. With the Media Mod on it. Ich rede jetzt nicht mehr Englisch weiter. Und das war mein, mein Fehlkauf dieser Woche. Also, pass auf, das ist eine, eine Action Cam. Mhm. Die sind nicht auf so einem, auf so einem, auf so einem Stativ drauf, sondern die stellen dann einfach die Kamera auf den, auf den Tisch. Und wenn man die Flügelchen hier unten nicht abklappt, ja. Und die unten keine Luft kriegt, dann wird die ja viel schneller heiß. Und außerdem ist das ja eine Action Cam, die benutzt man ja normalerweise auch, ähm, also normalerweise hat, hat so eine Kamera ja auch viel Zugluft um sich rum, ne, durch die Bewegung sozusagen. Und dann überhitzt sie ja nicht so schnell. Und dann hat der, dieser, dieser Mensch das nochmal getestet. Und, äh, dieses Mal mit einem Ventilator und auch auf einem Stativ. Und siehe da, sie hält doppelt so lange durch. Also wenn du hier mit Aufnahmen machst in, ich weiß nicht mehr auswendig, ich müsste nochmal das Video gucken, 5,3K kann die maximal in der Auflösung, aber die Bildwiederholfrequenz ist der größte Killer, was so, ähm, die Zeit limitiert. Und das schafft er jetzt in der, in der, in der, in der anforderndsten, anforderndsten, ähm, Situation, schafft er knapp über 20 Minuten. Das sagt dir das Marketing halt nicht, ne? Hm. Das klingt so nach den typischen alten Sony-Kameraden. Oder heute auch noch. Willst du wissen, was man machen muss, wenn du per HDMI-Out, äh, die Kamera an irgendwas anderes anschließen möchtest? Ja, erzähl mal. Also, es gibt einen Media-Mod hierfür, ne? Das ist ja nicht das normale Gehäuse davon, sondern das ist noch so ein Umgehäuse. Das nehme ich jetzt nicht raus, weil ich schicke die morgen wieder zurück. Und nur hier rüber hat die Cam hier hinten dann quasi so, so Boppels und da drunter versteckt 80 USB-C, ein dreieinhalb Millimeter Anschluss und oben nochmal Mikro oder Mini-Mikro HDMI, ne? Ja. Und das hier ist auch nur so draufgeklemmt. Also das ist auch nichts weiter als hier so ein Boppel, den ich jetzt nicht kaputt machen möchte, weil ich zu blöd bin. Hier so, ne? Ja. Das ist ein Mikrofon. Mhm. Genau, das ist ein Mikro. Und das ist auch so ein Stereo, vorne, hinten, Omni, ist ja auch egal, kann man einstellen. Mhm. Wenn du das jetzt per HDMI anschließt, dann sagt die Kamera hier permanent vorne HDMI. Und der rückseitige ist permanent aus. Du siehst also nicht mehr, was du machst. Ist okay. Ist okay. In vielen Situationen... Ich meine auch so. Genau. Ist in vielen Situationen völlig okay. Aber wenn du dann... Aber dann bist du in dem... Du konntest ja bei deinen Kameras kann man ja... Also bei den älteren GoPros kann man ja in die Settings gehen und sagen, hey, über HDMI übertrage bitte die Galerie, also das, was du aufgenommen hast. Oder du stellst es ja dann um auf Live, richtig? Ja. Das geht in den Einstellungen nicht mehr. Du bekommst jetzt immer die Galerie und musst dann über dieses Touch-Feld navigieren auf deinem Ausgabebild. Also sprich, du hast es ja in der Capture-Card angeschlossen oder woran auch immer. Und dann musst du sagen, du möchtest... Und dann musst du auf einen Knopf drücken, dass du den HDMI-Live-Output haben willst. Und dann hast du ein Live-Output. Aber nicht Clean-HDMI. Weil dann musst du nochmal switchen auf so ein Auge-Symbol, um den Output auf Clean-HDMI zu stellen. Das ist cool, ne? Okay. Was kostet die? Ich benutze. Die kostet, wenn du eine Pro-Mitgliedschaft über GoPro abschließt, kostet die, meine ich, 430. Und wenn man sie... Oder 439. Und wenn du diese GoPro Pro-Mitgliedschaft, das ist ein Abo, das ist ein Jahresabo, dass man halt... Da komme ich gleich zu. Dass man quasi unbegrenzt viele Videos zu GoPro in die Cloud hochladen kann. Was ja ein cooles Feature ist. Ähm. Da hast du auch noch ein bisschen Rabatt im Shop für zum Beispiel das Media-Mod kostet nochmal 20, 30 Euro günstiger. Und wenn du das nicht hast, kostet die Kamera aktuell, ist ja gerade erst released worden, 530, 540 Euro. So. Ist ein Klopper für so einen Action-Cam, right? Okay. Die hat eine Auto-Upload-Funktion. Ich habe also meine typischen Testaufnahmen gemacht. Ein paar kleine 10-Sekunden-Trailer. Also ein paar mit Slow-Mo und so mal ein bisschen rumgehüpft und so ein Scheiß. Ist halt witzig. Die Bildstabilisierung ist wirklich der Hammer. Du hast das Gefühl, das läuft wirklich auf über so ein Steadicam beziehungsweise über so ein Gimbal halt, ne? Wirklich geil. Und dann habe ich die Kamera einfach mal hier hingestellt und habe mir eine Aufnahme laufen lassen. Einfach in 4K und dann nochmal später nochmal eine Aufnahme in 1080p, bis die Speicherkarte voll war beziehungsweise die Kamera auch überhitzt worden ist, ne? Kein Problem. Ja. Auto-Upload springt an. Ich möchte hochladen. Gucke ich in meinem, in meiner Fritzbox mit was für einer Geschwindigkeit die jetzt wirklich hochlädt. Und da war dann so bei 12, 15, 16 Mbit nach oben war dann halt Ende. Könnte man meinen, ja gut, 12, 16 Mbit muss man auch erstmal haben. Wenn man aber 400 Mbit, 450 Mbit zur Verfügung hat im Upstream, dann ist das schon nicht so ganz so viel. Und bei besonders langen Upload-Sessions, weil man ja auch große Video-Files hat, bricht es ab. Jedes Mal. Ich habe es noch nicht geschafft, einen 20-Gigabyte-File über diese Verbindung über die GoPro hochzuladen. Ohne, dass die Kamera irgendwann sagt, ich habe hier aber einen Fehler, das geht jetzt nicht. Ja. Tolle 500 Euro Kamera. Ich schicke die wieder zurück heute. Also die wird gleich wieder eingepackt und dann geht sie zurück. Schade. Ha! Ist echt schade. Es ist wirklich schade. Weil die Idee wäre gewesen, dass das meine neuere Unterwegs- und Draußenkamera ist für Livestreams. Man kann ja auch direkt mit der Kamera streamen und ich habe sowohl die App auf mein Android als auf mein iPhone Handy draufgezogen und ich habe mit beiden das gleiche Problem, dass ich zwar eine Verbindung zu der Kamera herstellen kann und ich sage, ich möchte eine neue Verbindung einrichten und dann kann ich sie auch steuern, den Livestream starten, die Kamera einstellen, das Übliche, worüber du ja gesagt hast, nutzt du nicht. Ich möchte das aber nutzen und ich finde das auch eine gute Funktion und sie wird ja auch beworben und das funktioniert ja auch bei vielen Leuten. Aber bei beiden Handys, unabhängig davon, kann ich nur ein einziges Mal diese Verbindung aufbauen und beim zweiten Mal lädt er sich tot. Und ich weiß nicht, ob das jetzt ein Anwenderfehler ist oder nicht, aber dadurch jetzt noch diese ganzen anderen Probleme dazukommen. Ich habe mir gedacht, komm, scheiß drauf, das packe ich direkt wieder ein und schicke es zurück. Auf diesen Struggle habe ich keinen Bock. GoPro wird immer schlechter, habe ich das Gefühl. Ich habe das Gefühl, die stopfen halt immer mehr Zeug rein und diese Kamera hat jetzt einen neuen Prozessor. Das merkt man auch. Es ist alles flüssiger, es ist alles noch besser und so weiter. Aber für meinen Anwendungsfall ist sie nichts. Und GoPro sagt auch ganz klar, der überwiegende Anteil an unseren Usern nimmt halt nur Videos auf in ungefähr eine Minute zehn. Maximal. Eher weniger. Und wenn du nur kleine Action-Sequenzen aufnimmst und die sind nur so kurz, dann stimmt das natürlich auch. Also für meinen Anwendungsfall wäre es halt nichts. Dementsprechend ist es die falsche Kamera. Okay. Eine Minute zehn? Ja, überleg mal du. Also die ganzen Autofahrer, die ich kenne und Mountainbiker und Casey Neistat und wie sie alle heißen, die nehmen nicht eine Minute zehn auf. Hier mal ein Take, da mal ein Take. Das war jetzt eine Aussage von GoPro, ne? Okay. Jo, gut. Gute Kamera für 530 Schleifen. Hab ich mir auch gedacht. Tippy-toppy. Hab ich mir auch gedacht. Also nicht mal clean HDMI out ist halt so, entwickeln wir uns wieder zurück oder? Naher ist das wie bei Canon, da musst du dann die Filmware flashen, als du clean HDMI out kriegst. Du hast bei dir eine andere Firma auf den GoPros drauf, ne? Ja, meine zwei hab ich geflasht, ja. Ich hab aus einer GoPro 2018 eine GoPro 7 gemacht, glaub ich. Mhm. Ja. Aber meine sind auch, die hängen nur in der Küche, die haben gar keinen anderen Zweck. Ist halt einfach nur, weil da Öl und Rauch und der ganze Shit da durch die Gegend geht, deswegen hängen die da. Und nur fürs Verständnis, du hast kein Problem mit HDMI-Handshake. Nö. Noch nie gehabt. Ich mach die Dinger, also die Dinger sind an und dann gehen die. Vielleicht sollte ich mich damit mal beschäftigen. Ich hab noch eine Fünfer, zwei. Ähm, bevor ich die jetzt total unter Preis verkaufe, könnte ich die ja genau für so einen Scheiß auch benutzen, ne? Ja, aber also bei mir funktioniert das wunderbar. Also wirklich einmal frei. Cool. Cool. Cool, cool, cool. Äh, mein Chat fragt gerade, ob dann die Hero 9 kommt. Nein. Ich bin mit GoPro fertig. Ich bin mit der Marke komplett fertig. Das ist, das war, ich hab, ich hab, ich hab mehrfach eine GoPro gekauft und auch mal, schon mal eine wieder auch mal zurückgeschickt, aber das ist jetzt mein letzter Versuch gewesen, äh, in das GoPro-Land einzutauchen und sie zu benutzen. Weil, du kannst ja auch mit der GoPro direkt streamen, aber GoPro beschränkt das natürlich, wahrscheinlich aus technischen Gründen, ähm, dass du halt, äh, eine viel zu geringe Bitrate benutzen kannst und ich mein, klar, dieses Gerät, das ist wahrscheinlich so ein Feature, damit sie es auf dem Karton draufschreiben können. Und wir können live streamen, können wir auch noch so, ne? Und, ähm, das geht zwar, aber, äh, im Land von schlechter Netzabdeckung und Schwierigkeiten bei der Verbindung ist das, glaub ich, nicht so das Beste. Also anders gesagt, ähm, es gibt ein paar Leute, die damit streamen. Ich kenne zwei, drei Leute, die das machen, die ab und zu mal draußen rumlaufen, IRL-Streams machen. Und ich finde, die Qualität ist anders, als wenn man nur mit dem Handy streamen würde, besser von der Bildstabilisierung, weil das halt eine aktive Bildstabilisierung hat. Und bei einem Handy, wie wir gelernt haben, äh, kann die nicht angesprochen werden, also geht das nicht. Ähm, der Ton ist auch besser, aber die Bildqualität ist deutlich schlechter. Also gerade, wenn man sich ein bisschen bewegt, wenn man stille Bilder hat, wenn man sich nicht bewegt und einfach nur jemanden, die Kamera irgendwo hinsetzt und jemanden filmt, der davor sitzt, dann sieht man das wahrscheinlich nicht, ne? Naja. Naja. Schade. Es ist, wie es ist. Wieder raus. Es ist, wie es ist, ja. Es ist, wie es ist. Ja. Das schöne GoPro-Land. Ich hab's auch schon lange verlassen. Ich bin immer in demselben Kameraland drin. Du bist bei der... Sony. Du hast die Sony FDR 3000? Ja. Oder wie die heißt? Die 1000 hat die schlechtere Bildstabilisierung, meine ich. Kann sein, ja. Aber das ist das, was man früher halt gekauft hat für einen IRL-Stream. Mhm. Die 3000 hab ich auch, also die etwas neuere davon, die hab ich auch noch. Und für die IRL-Sachen zum Ausprobieren, zum Testen, ich möchte mir auch nochmal so einen kleinen Live-Encoder kaufen. Es gibt so ein kleines Modul, das ist auch nicht viel, also das ist nicht so groß wie so ein Live-View, ist deutlich kleiner, kann auch viel weniger. Ähm, das liegt so preislich so um die 200, 240 Euro. Mhm. Kann man bei einer deutschen Firma bestellen. Ähm, das wollte ich gerne nochmal ausprobieren. Da gab's ein schönes Video, das mir zugespielt wurde, das haben wir uns angeguckt und das sieht dann halt aus wie so eine Art Gunrun Backpack Light, in Anführungszeichen, ja. Ähm, da wollte ich mich mal wieder mit ein bisschen beschäftigen. Jetzt, wo es draußen kälter wird, ich meine, klar, da hat man jetzt Besseres zu tun, als draußen rumzulaufen. Ja, ne, ist doch gut. Sicher, sicher, oder? Ja. Ja. Ja, IRL-Stream ist gerade schwierig, ja. Und auch sehr kostspielig. Also, IRL-Stream ist wirklich sehr kostspielig. Gerade in Deutschland auch super, super Thema. Oh, schon wieder das Funkloch hier. Das macht echt keinen Spaß. Das sage ich dir so, wie es ist. Also, ich habe ja mittlerweile mit Sascha echt schon viel, viel gemacht, so. Und war in vielen Ecken. Das macht echt keinen Spaß. Rucksack aus. Kein Internet. Zehn Karten. Stream weg. Dies, das. Ananas. Das ist in Deutschland wirklich sehr frustrierend, muss ich sagen. Oh ja. In Skandinavien, wenn du das mal gemacht hast, das ist einfach so, das war ein Segen. Das war einfach nur ein Segen. Das war einfach so geil. Hm. Wir haben seit einer halben Stunde nichts mehr gesehen, was lebt, atmet oder irgendwie mit Strom zu tun hat. Hier kann kein Netz sein. Oh, Moment, wait. Oh, Moment. Voller Ausschlag. Ja. So ungefähr. Oh, Moment, wait. Es ist voller Ausschlag. Mhm. Ja, das ist wirklich schade. Also Autobahn geht immer, aber sobald du da mal runter bist, ist es einfach dead. Also wirklich viel aus der Städte angucken. Ich habe es auch aufgegeben in Deutschland. Echt? Also, ich habe es wirklich aufgegeben. Ich finde, also was ich am erschreckendsten finde, ist ja, dass du manchmal einfach auf deinem Handy siehst du, du hast halt zwei, drei Balken LTE, aber du kannst halt nicht mal eine Webseite aufmachen und du willst Twitter laden und das lädt sich einfach tot und denkst so, ja okay, vielleicht hat Twitter gerade eine Störung und so. Nee. Ach, wir sind ja in Deutschland. Das ist so dieses vorgegaukelte LTE, glaube ich. Das stimmt halt so per se nicht. Ich glaube, der hat einfach den Sprung zu 3G oder E nicht geschafft dann. Ich glaube, der Anbieter kann einfach sagen, wie viele Balken er mehr als den normalen Empfang anzeigt, weißt du? Ja. Wenn es fünf Balken gibt, zeigt dir der Anbieter per se immer drei an. Wie viel möchten sie schummeln? Wie viel möchten sie drauf schummeln, ja. Ja, aber IRL-Stream ist halt wirklich, wenn du da, da musst du schon ein bisschen Taster hinlegen dann. Aber halt ist auch in Deutschland ist das so auch relativ schwierig. Die Leute gucken einen ja auch immer relativ komisch an und, äh, meh. Das machen sie in anderen Ländern doch genauso. Nö. Da interessiert das meistens gar. Nö, da interessiert das fast gar keinen. Wir sind mal durch Amsterdam durchgelaufen, da hat das keinen Spaß interessiert. Das war total Wumpe. Aber ich finde, ich muss auch ganz ehrlich sagen, so, ich habe ja mit Sascha echt schon so auch in Restaurants gegessen und, weiß ich nicht, fühlt sich immer komisch an. Ja. Das fühlt sich immer, du hast halt so eine Kamera und du redest mit der Cam und, weiß ich nicht, ist immer so, hm. Es hat so einen Beigeschmack. Aber wenn du jetzt in Deutschland in einem Restaurant bist, fragst du vorher nach, ob du da aufnehmen darfst? Nö. Einfach rein und machen. Ja. Mach ich auch nicht. Und halt keinen direkt filmen. Genau. Einfach auf dem Boden halten so und so, dass man den nur selber gesehen würde. Und dann, ja. Du liegst beim Essen auf dem Boden? Nein, ich halte die Kamera auf dem Boden, wenn ich reingehe. Sehr gut, ja. Oder klappe die halt einfach um. Ja. Ja, IRL ist so irgendwie so ein Segment geworden. Alles, was nicht so weiter weg ist oder in fremden Städten, habe ich das einfach sein gelassen, weil das, wie gesagt, das ist mit dem Empfang und du kannst noch so viele Karten haben. Es ist einfach unfassbar teuer und rentiert sich eigentlich in der näheren Umgebung. Lohnt sich das halt gar nicht. Hm. Also hier in der Schweiz ist es anders, aber ich will meine Ruhe haben in der Schweiz. Also das ist für mich hier absolut tabu. Aber vielleicht mal so eine Aktion, wie Schlo das gemacht hatte? Du weißt, er hatte doch mit diesem Schweizer Dingensamt da mal so eine Promo. Ja. Einfach mal mit dem Heli fliegen oder so. Nee, das ist für mich tabu. Okay. Ich bin hier zu Gast, ich möchte mich hier benehmen. Also erstens möchte ich mich dementsprechend benehmen und zweitens ist das für mich auch einfach, ich will hier meine Privatsphäre haben. Dann fahre ich lieber über die Grenze und dann mache ich da mein Ding. Also nicht, weil ich mich da daneben benehmen kann, aber es ist halt so. In Berlin war es halt immer schon grenzwertig, weil man in seiner Hutze ein bisschen rumgedüst ist und da ausgemacht hat. Lieber vorsichtig. Also ich bin da lieber vorsichtig und habe meine Ruhe, als ich das wieder offenlege und kundtue und dann nachher geht dir wieder irgendeiner auf den Sack. Verständlich. Ja. Absolut verständlich. Wo du gerade über Sascha gesprochen hast. Ich glaube, gestern Abend habe ich bei ihm kurz reingeschaut, da hat er so ein bisschen sein Studio vorgestellt. Also keine Roomtour gemacht, aber er hat so auf alle Sachen gezeigt. So, da ist das, da ist das, da ist das. Beeindruckend. Und ich glaube, ich hätte den Raum schon direkt für mich, er hätte sich alleine schon durch diese niedrige Höhe, er sagte, der hat gerade mal knapp zwei Meter Raumhöhe oder so, ne? Allein deshalb hätte ich das wahrscheinlich, wäre das gar nicht mein Streamraum gewesen. Ich meine, klar, ich spring da auch nicht rum oder mache so Sachen, aber wenn ich mich nicht mal hinstellen kann und so machen kann in dem Raum, schon echt krass. Und er sagte, auf den Camps würde das halt auch, würde der viel größer aussehen durch halt eben die Linsen und so weiter. Das wäre halt nur 13 Quadratmeter. Ja. 13, das ist echt weh, das ist echt klein. Ja, aber ich habe auch gedacht, das hier sind, glaube ich, 18 oder so. Ja, dachte ich eigentlich auch das Kleines, aber man gewöhnt sich dran. Ja, klar. Aber bei dir ist ja auch noch das Rig mit da drin, ne? Ja, hier neben. Mhm. Auf der anderen Seite, ja. Krass. Krass, krass, krass. Das ist okay, man gewöhnt sich dran. Also in Berlin hatte ich 24 Quadratmeter Büro, das war ja schon riesig. Hm. Ja. Sehr herzlich. Aber es ist ein schöner Raum geworden bei Sascha, muss ich sagen. Gefällt mir gut. Ja. Allerdings hat er schon zugestanden, dass man besser nicht dahinter gucken sollte. Da würden eine Menge Kabel liegen. Ja, na überleg mal, was da unten alles liegt. Also das kannst du halt schon, äh, äh, das kannst du halt auch gar nicht mehr irgendwann wendigen, so das geht nicht. Das geht wirklich, das sind Mengen und wenn du da wirklich mal was tauschen musst, dann und alles hier auseinanderfriemeln und fummeln und mäh. Aber da haben wir letzte Woche, ne, letzte Woche? Hm. Ja, ich glaube, letzte Woche habe ich in meinem Stream da mal so schon wieder so eine neue Schnapsidee aufgegriffen. Okay. Sascha hat sich ja unten so ein, äh, so ein Brack hingestellt für, äh, seine Netzwerksachen und für die Audiosachen, die da drin stehen. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Das hat er vorgestellt und er hat gesagt, das ist quasi das Gehirn. Da ist mein Netzwerkzeug drin und, und, und sein, sein DBX und den ganzen anderen Scheiß. Genau. Ja, so ein kleiner Netzwerkschrank, ja. Genau. Und ich habe mir jetzt gedacht, äh, ich sehe ja immer Dinge und denke mir dann immer so, lass uns mal die Superlative davon bauen. Mhm. Und die Superlative wäre, so einen zwei Meter hohen Schrank, Netzwerk rein, also mein Netzwerk steht ja auch neben mir in dem, in dem, auch nur in dem Rack drin, alles was dann Audio-Technik ist und alle drei Rechner in den Schrank rein. Mhm. Und dann hier zwischen PCs, also zwischen die beiden Setups, direkt in der Mitte einfach hochziehen das Ding und dann da alles reinzimmern. Weil, äh, ein netter Zuschauer von mir hat, ähm, einen Einschub gefunden, wo ein vollwertiger PC reinpasst. Was heißt vollwertiger PC-Einschub? Äh, na, es ist nicht ein, äh, es ist kein Server-Einschub. Mhm. Sondern, wo du halt wirklich hinten auch PCI-Slots hast. Und wo wirklich auch ein ATX-Board reingeht und ATX, äh, ATX-Netzteil und das Ding ist, glaube ich, 4 HE hoch. Ich weiß nicht, ob du bei mir es hörst, aber ich glaube, bei uns gibt's gleich ein Mega-Gewitter. Ich... Ich höre nichts. Sehr gut, sehr gut. Ja, dann habe ich das doch gut eingestellt. Okay. Also, ähm, diese 19-Zoll-Gehäuse, äh, in 4 HE, das ist ja so die normale große Größe. Da musst du auf jeden Fall aufpassen, wenn du da was bauen und basteln möchtest, ganz klar. Und ich weiß nicht, ich kenne jetzt dein, ich habe jetzt kein Bild von deinem Stream-PC vor Augen, aber ich glaube, bei der Menge an Karten, die du einbauen willst, könnte das ein Problem sein. Reicht dicke. Ähm, ich habe selber früher mal in meiner vor, 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 vorletzten Wohnung, ähm, habe ich mir einen gebrauchten Ritter als Serverschrank gekauft. Ja. Und da waren dann halt auch, so wie du das beschreibst, die Komponenten so drin. Und das war so mein erster PC, der weiter weg von mir stand, der in einem anderen Raum stand. Und das ist halt supergeil, weil du halt eben, also in meinem Fall war das supergeil, weil ich dann eben in meinem eigentlichen Büro war totale Stille und da hast du sogar die Netzteile der Monitore gehört. Das war das lauteste, das lauteste in dem Raum dann. Und, ähm, ja, der PC war dann halt eben ein Einzimmer sozusagen weiter und, ähm, beziehungsweise der komplette Serverschrank. Und das war schon cool und das funktioniert auch. Aber ich glaube, da passieren eine Menge Sachen beim Aufbauen, Einbauen und dann beim Nutzen, die man vorher nicht auf dem Schirm hat. Mir würde nichts einfallen, das einzige Kühlung. Und das erzeugt ja alles nicht mehr wärmer, als jetzt auch schon erzeugt wurde. Mhm. Aber, 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 was, was stört dich jetzt an deiner Lösung jetzt gerade? Es wär aufgeräumter. Weil jetzt halt, also der würde halt hier links neben mir zwischen Racing Rig und, äh, Schreibtisch stehen. Danke an euch alle. Und dann ist da alles drin halt. Und dann ist da alles drin halt. Das heißt, zumal ich hätte... Entschuldigung. Endlich mal wieder geschafft. Äh, bei mir wär's ja dann so, dass alle Kabel auf einem Haufen sind und ich müsste nur Monitorkabel nach links ziehen und nach rechts ziehen. Und das war's, mehr nicht. Also, dein Serverschrank wäre dann so nah an dir dran, dass du, äh, dass du da quasi auch Maustastatur und, äh, Monitorkabel direkt anschließen könntest, dass man da nicht irgendwie... Ja. Das hast du jetzt aber gehört. Ja, ich hatte... Nee. Ja, doch. Okay. Ich muss gleich einmal kurz gucken. Ähm, also wenn, wenn, wenn das natürlich von der Distanz her, äh, so nah ist, dass du es direkt anschließen kannst. Klar, warum nicht? Ich hab ja unter dem Tisch auch, äh, noch Habs dran. Ja. Das hab ich ja auch alles da. Aber es wär halt geil, weil du hättest halt wirklich alles, du hättest alle drei Rechner da drinnen und den ganzen Shit, der hier so rumsteht, der steht da auch dann drinnen. Aber ich hab mal so geguckt, was so ein Schränkchen kostet und dann hab ich gesagt, naja, machen wir mal kurz, warten wir mal. Deshalb hab ich den damals gebraucht bei Ebay geschossen. Der hat, der war saugünstig, der hat keine 100 Euro gekostet. Aber das war so ein gebrauchter Serverschrank, so ein, wie gesagt, so ein Ding von Ritterl. Ähm, der hat damals, boah, ich würde sagen, der hat keine 100 Euro gekostet. Den haben wir auch irgendwo selbst abgeholt, sind irgendwie 50 Kilometer dafür gefahren. Und dann kam, und dann war der, war der auch wirklich nur aus Einzelteilen. Also wir haben den wirklich dann komplett zusammengeschlossert, so in Anführungszeichen, ja. Da fehlten ein paar Schrauben, die mussten wir noch nachbesorgen, ne, das Übliche halt. Das Gute ist, ich hab einen Freund, der in diesem Geschäft arbeitet und da fällt ab und an mal, äh, was weg. Eine Schraube. Eine Schraube und vielleicht auch mal ein ganzer Schrank von einem alten Kunden, der dann da so rumsteht. Mhm. Aber das wär schon, also der, ich hab das auch mal, äh, durchgeguckt hier, das würde, würde gut passen. Ja. Das wär, das wär ganz schön, äh, wild, weil dann könntest du halt, dann wär halt wirklich alles auf einem Fleck, weißt du. Dann hättest du diese ganzen 500 Meter Kabel, die hier überall rumliegen. Ja. Die kannst du ja dann einfach mal, also du hast alles, du hast halt alles da liegen, weißt du. Also du könntest jetzt zum Beispiel deine ganzen Converter in einen Einschub, könntest die alle hinlegen und dann brauchst du theoretisch die ganzen, also die Kabel will man, benutze ich dann noch, die schmeißt du nicht weg. Aber ich hab halt überall noch super viele kurze Kabel und dann kannst du einfach die Strippen hochziehen und dann bist du einfach fertig. Also ich weiß, was du meinst und, äh, gerade auch mit dem, mit dem Faktor aufgeräumt, äh, äh, ist natürlich ein Totschlagargument, muss man gar nicht drüber reden. Aber unterm Strich ist es natürlich jetzt so eine, so wieder eine von diesen typischen Ideen, du brauchst es nicht, aber du, also das ist kein, you need it, es ist mehr so ein, you want to have it. Ja. Völlig, völlig okay, ne? Völlig okay. Ja, es ist, glaube ich, es läuft so unter der Devise, äh, want to have it, ja. Ganz klar. Das war ja schon ziemlich fett, weil dann kannst du das Ding auch einfach mal schön vollreihern mit, äh, RGB. Dann hast du hier gleich nochmal so ein schönes, äh, schniekes Element, sieht halt geil aus. Ich liebe es ja, wenn, wenn Sachen so, äh, gut aufgeräumt und, äh, ordentlich aussehen. Jetzt stell dir mal, jetzt stell dir mal, geh mal einen Schritt weiter, stell dir mal vor, du hättest den Serverschrank nicht einfach da so, in Anführungszeichen, frei stehen, sondern der wäre, würde in einer, auf einer Wand, äh, quasi, du siehst nur die Front und links und rechts sind dann auch Schränke, die dann, dass es eine Front ergibt, so, ne? Ja, wie geil ist das dann, wenn du dann noch so eine schöne Serverschrankfront hättest mit den ganzen LEDs, also mit den typischen Leuchten, äh, also mit den typischen Info-LEDs, die dann, die dann einfach nur Aktivität anzeigen. Das ist schon cool. Das ist auf jeden Fall schon cool. Ja, ich muss mich, sagen wir mal, schlau machen, ob ich irgendwo so ein Schränkchen für ein bisschen weniger Tasta kriege. Das würde mich mal interessieren. Hm. Ich mach mal eben kurz mein Fenster hier zu, weil es beschweren sich schon Menschen darüber, dass es rauscht, wenn ich spreche. Ja, das ist gut. Das ist der Regen, meine Herren. Wie meinst du, über das Haus verteilt, äh, spektral? Also die noch beunruhbar, oder? Die, äh, die, äh, die, äh, Verteilung der Audio-Videosignale über den Serverschrank. Bei mir? Bei mir steht er ja hier direkt in dem Raum. Der bleibt ja bei mir. Also bei mir würde er hier stehen bleiben. Ja, die Idee finde ich ziemlich, äh, sexy und ich überlege auch sehr viel, aber der Preis ist ein bisschen abschreckend, weil dann wirst du halt nur für das Ding, also mit, sag ich mal, fast allen Komponenten dazu, bist du schon bei zwei, zweieinhalb Schleifen. Ich hätte jetzt, ich hätte jetzt getippt, irgendwo zwischen, äh, zwischen so, so 1, 8 und 3, hätte ich gedacht. Je nachdem, was für Komponenten du haben willst, ne? Ja, die Einschübe sind halt, die kosten ja auch schon eine Menge. Und dann ist halt die Frage, ob du, ob du den, ähm, deinen PC einfach nur einmal reinsteckst und festschraubst oder ob du Teleskopschienen haben willst oder... Ja, da kann man schon schöne Sachen mitmachen. Also ich hab, ich hab, ich hab das damals ein bisschen unterschätzt. Ähm, ich hab mir dann so ein, so ein 4HE, äh, Gehäuse halt geholt und Optik war da auch scheißegal. Äh, hab meine Komponenten da eingebaut und das war auch alles ganz cool. Lautstärke ist, äh, normalerweise bei Serverschränken komplett zu vernachlässigen. Von daher, wenn der direkt neben dir steht, musst du da natürlich auch wieder drauf achten und 4HE... Ja, aber warum? Es ist doch nicht lauter als jetzt auch. Also die Dinge erzeugen doch genau dieselbe Lautstärke. Wenn du normale Serverkomponenten nimmst, also beispielsweise, ähm, wenn du auf kleinere Komponenten gehst, äh, werden die Lüfter kleiner, die drehen schneller und sind ultralaut. Okay, ich weiß. Wenn du jetzt, wenn du jetzt dieselben Komponenten nimmst wie in deinem Desktop-PC, dann natürlich nicht, klar. Nee. Ganz klar. Also es würde nicht mehr Wärme entstehen und es würde auch nicht mehr, mehr Lautstärke entstehen, als ich jetzt schon habe. Weil das, äh, passt da alles rein. Du musst es auch, theoretisch musst du nur dieses Gehäuse kaufen. Theoretisch. Wir haben vor ein paar Folgen erst darüber gesprochen, dass du dieses Jahr gar kein Geld mehr ausgeben wolltest. Äh, ich muss, äh, ich musste, Alex, ich musste, ich musste meinen Streaming-PC, musste ich retten. Ja. Ich musste, äh, 500 Euro in den Streaming-PC stecken. Ja, du, es geht ja nicht darum zu sagen, du gibst kein Geld mehr aus, auch wenn was kaputt geht. Wenn was kaputt geht, muss man es natürlich reparieren, ist klar, ne? Also, dann musste, dann, dann habe ich noch so im Ohr, äh, Kamera austauschen, Vollformat, dies, das. Das habe ich nicht gemacht. Okay. Das habe ich, die Kamera ist, habe ich nicht gemacht. Mhm. Habe ich, habe ich noch nicht, äh, getan. Und jetzt, und jetzt, und jetzt kommst du mit dem, mit dem nächsten Ding um die Ecke, ich, was ich sehr cool finde, also die Idee, alles in einen Schrank zu bauen, hab, ne, wie gesagt, ich finde das sehr geil. Jetzt kommst du mit der nächsten Idee und die kostet bis zu 3000 Geld. Mhm. Ja, es ist, äh, wird nicht billiger, ne? Nee, wird's auch nicht. Wird nicht billiger. Aber ja, das wäre schon schön. Mhm. Also, es hätte was. Und dann könnte man hier eigentlich das ganze Büro nochmal auseinanderknallen. Ich meine, das haben wir ja jetzt auch schon wieder, äh, wie lange? Äh, acht Monate fast? Neun? Nee, acht, acht Monate. Da kann man schon mal wieder umbauen. Da kann man sich schon mal wieder was gönnen. Mal eine Woche Urlaub und dann einmal alles auseinander kloppen. Und alles wieder zusammen. Naja, mal gucken. Schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Ich könnte mir halt auch einfach erstmal was für, ich könnte mir auch einfach erstmal meinen, äh, Fernsehschauplatz fertig machen in der Stube, weil ich hab immer noch keinen. Das könnte man auch mal machen, theoretisch. Wäre vielleicht auch gar nicht so, äh, nicht ratsam. Ich wollte, also wirklich, ich hab mir jetzt seit, seit zwei, drei Monaten hab ich mir vorgenommen, dass ich mir endlich meinen Beamer für mein Wohnzimmer hole und mir mal einen Sessel hole. Seit zwei oder drei Monaten. Eine Couch hast du aber schon in deinem Wohnzimmer, ne? Ja, aber frag mal nicht nach, was das für eine Couch ist, du. Das ist einfach, also das könnte man schon nicht als Couch durchgehen lassen. Das ist ein sehr schöner Windschutz, den du da gerade hast. Ja, das könnte man nicht so als Couch durchgehen lassen, sondern als irgendwas, wo man mal liegen kann, so. Da ist gerade mal Platz für einen drauf, so, ja. Ja, gut, also, ja, gut, das baut man ja so sukzessive nach Lust und Laune auf, ne? Ich verstehe das Problem, dass andere Sachen erstmal wichtiger sind und, ähm, der Betrieb sichergestellt sein muss, ne? Ja, du bist, genau, du bist mein Mann. Ey, ich hab mir aber letztens, ich hab mir letztens, hab ich mir erstmal eine Wohnung, hab ich mir Plissés reingezimmert. Das ist ja eigentlich auch Hardware, oder? Erzählt das noch unter Hardware? Ja, Plissés, Sichtschutz, Sonnenschutz, was auch immer, äh, das, ob, ob du jetzt irgendwie so scheiß Gardinen an die Wand, äh, klöppelst oder so einen Vorhang oder so Plissés, ne? Das, das, also, ich, in meiner ersten Wohnung hatte ich das nicht. In meiner ersten Wohnung hatte ich einfach nur Jalousien, die hab ich runtergemacht, die hab ich hochgemacht, war mir egal. Heute hab ich sowas, ne? Weil es halt einfach auch schöner aussieht und, äh, auch einen gewissen Zweck erfüllt, ne? Ich hatte acht Monate gar nichts. Ja, wenn andere Sachen wichtiger sind, sind andere Sachen wichtiger, ist halt so. Ich war immer, äh, den Tag über, äh, irgendwann, also, ich hab ja, äh, Rollladen, die ganzen Rollladen runter machen, war im Dunkeldusch. Tagsüber. Irgendwann war mir das scheißegal und ich hab die einfach aufgelassen und bin duschgegangen. Nachdem meine Vermieterin gesagt hat, weiß man, Alter, mir ist das auch egal, ich geh immer volles Radieschen durch. Da hab ich irgendwann gesagt, ach, scheiße, recht hat sie ja, lass den kacken. Legst du dich wieder hin, bitte? In meiner, in der letzten Bude, äh, hatten wir, hatten wir so einen, so einen, so einen typischen Spaziergängerweg neben unserem Haus her, ne? Ja. Und, ähm, wir haben in der oberen, in der ersten Etage gewohnt. So, und dann, ähm, hatten wir in dem, äh, Dusche, genau, schau mal, in dem Badezimmer in der Dusche, da hatten wir so ein relativ großes Fenster und da konnte man von unten so richtig schön bis in die Dusche reingucken, so, oder? Ja. Ja. Da hab ich dann, äh, relativ zeitnah nach dem Einzug dann so eine Frostfolie, äh, noch von innen reingezogen, damit man halt eben nur maximal den Kopf oder sowas sehen kann. Ja. Weil das war mir dann auch zu blöd immer, ne, Jalousie runter, duschen, dies, das, im Dunkeln, war auch nicht so toll, ne? Ja. Schön. Das ist gut. Ja, was man halt so macht, ne, ganz normal. Ist halt so. Aber das, ich weiß nicht, also, es kommt halt immer irgendwas dazwischen. Ähm, man nimmt sich immer irgendwas vor und dann kommt doch wieder irgendwas dazwischen. Dann hast du hier das in der Küche, dann fängst du an zu kochen, dann holst du dir doch irgendwie, weiß ich nicht, einen Airfryer oder dein Optikgrill oder was auch immer und das ist halt, bei Technik schlägt das Herz halt groß, ne? Ich hab heute andere Kopfhörer auf, weil mir, ich hatte vorhin irgendwie so ein, ich sag mal, ich sag mal einen Kabelrocher, einen Wackelkontakt in den, ähm, in den Kollegen hier. Ja. Wenn ich den Kopf, wenn ich den Kopf gerade halte, geht's, wenn ich so ein bisschen nach rechts neige, dann, dann kommt auf der rechten Seite nichts mehr an. Und jetzt muss ich das mal gucken, ob ich es auseinandernehmen kann, weil ich hab so das Gefühl, dass dieses sehr dünne Kabel, was den Link mit dem rechten Speaker verbindet, ähm, da irgendwie so einen Wackelkontakt hat. Und ja, wir haben doch letztens erst drüber gesprochen, dass ich nicht unbedingt ein gewisses Gerät brauche, um so eine Spannung zu überprüfen. Ja. Jetzt könnte ich's brauchen. Ich hab dir gesagt, hol dir einfach, hol dir einen Multimeter. Das ist ja nicht mal teuer. Das ist korrekt. So ein einfaches, was jetzt nicht so, das, für jemanden wie mich muss das ja halt, müssen solche Geräte ja auch nicht so ultrafein sein, ne? Also die müssen jetzt nicht bis aufs letzte 0,000 Ampere der irgendwie anzeigen können. Das ist mir ja relativ scheißegal, ne? Das stimmt schon. Ja, aber 2,5 Multimeter, oder? Aber mich hat's beim letzten Mal schon, wir hatten schon mal über Proxon gesprochen. Proxon ist eine Firma, die so Knarrenkästen und so Werkzeuge produziert. Das wunderte mich beim letzten Mal schon, dass du die nicht kennst. Aber ich kenn ja auch nicht alle. Ich hab Festool zum Beispiel auch erst vor, als ich hier eingezogen bin, also meinte ein Kollege so, ja, ich wollte sowieso schon Stichsäger haben. Weißt du was? Ja, die ist ja jetzt gerade verreckt. Ich guck mal eben, ob ich die irgendwo kriege. Dann kauf ich mir so ein Festool. Und ich so, was willst du? Festool? Ja, ne? Ich kannte die Marke halt nicht, ganz normal. Ich kenn nur, äh, wie heißen die Gelben? Irgendwas mit D. Ja. Makita und Borsche und dann hört's auf. Wie heißen denn die mit D? Dewald. Dewald, genau. Dewald, Makita und dann hört's auf. Und Borsche halt. Die anderen kenn ich alle gar nicht. Mein Akkuschraub-Bohrhammer-Akku-Kombi-Ding ist halt auch von Makita. Das hab ich mal irgendwann über MyDeals gesehen. Auch kurz nachdem ich, also als ich hier eingezogen bin, dachte ich so, oh ja, cool, kannst du gebrauchen, ne? Direkt bestellt. Super. Hätt ich, ich brauch jetzt nur noch mal einen größeren Akku ansonsten. Aber selbst den brauch ich nicht. Ich mein, wie oft nutze ich das? Und beste, beste Kauf der letzten Monate, Akkustaubsauger. Ich, also meiner ist ja verreckt. Das wurde versucht zu reparieren, hat nicht geklappt. Okay, at least we tried. Aber der Akkustaubsauger ist, also ich weiß gar nicht, als wenn man anders staubsaugen würde. Ich weiß nicht mal warum. Es fühlt sich einfach besser an und du bist halt nicht kabelgebunden. Ich find's toll. Und oben macht das sowieso der Roboter, ne? Also geht nur darum, dass es hier unten durchballert. Staubsauger-Roboter. Also, das war absoluter Game-Changer für mich. Also das war wirklich ein richtiger Game-Changer für mich, Staubsauger-Roboter. Nochmal eben zurück zu den Marken, ne? DeWalt, 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 DeWalt aus meinem Chat. Ja, Flug, äh, 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 Silvercrest nicht vergessen. Hilti, Bindford, beste Milwaukee. Stimmt, Hilti, ja. Black & Decker. Na doch, man kennt doch ein paar mehr. Also, ich sag mal so, Black & Decker war, glaube ich, so in den 80er, 90ern so die Marke, die im Fernsehen so breit getreten wurde. Mein Akkuschrauber ist von Black & Decker. Ja, und dann haben die Firmen irgendwann gemerkt, dass sie halt mit diesem Dumping, mit diesen Budget-Sachen Geld verdienen können. Und dann musst du jetzt halt eben drauf aufpassen, dass du, egal ob von Makita oder Black & Decker, halt eben die richtige Serie kaufst, so, ne? Nicht das Billigzeug, sondern schon das Hochwertigere, so in der Richtung. Aber, naja. Hitachi macht das auch, hm, ja. Ja, Werkzeuge sind halt, also, ich bin echt froh, dass ich mittlerweile so eine riesige Auswahl an Werkzeugen hab und extra Schrauben und bin ich happy. Sag ich immer wieder. Also, gerade was so Bohrer angeht und, äh, Schrauben, Schraubenzieher, so, solche Sachen, ist schön, wenn man die da hat. Klar. Du hattest ja letztens erzählt, bei Herrn, einem gewissen DJ, ähm, wäre jetzt nicht so viel Material immer vorhanden, Material meine ich Werkzeug, da jetzt ja seine Bude da komplett umgerissen worden ist, das, das wurde dann mitgebracht, ja? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, keine Ahnung, ich war nicht dabei. Vielleicht wurde auch nicht so viel Werkzeug gebraucht? Ja gut, also, diese Traversen kauft man wahrscheinlich schon auf Maß, ne? Wahrscheinlich, ja. Ja. Ja, wer weiß, wer weiß, wir waren nicht dabei. Ich reiß mich da auch nicht drum. Ich würde da, also, ja. Doch, ich hätte das gern gemacht, ehrlich gesagt. Doch da, also, Kabel ziehen und Dinger, da, da sehe ich mich. Ja, ich, also, ja, helfen gerne, aber ich bin nicht so gerne Team, du bist da und dann, sag mal, wo ist denn dein Akkuschrauber? Mein Akku, was? Nee, ich bringe eh immer alles mit. Ich schreibe Werkzeug, Koffer wird reingeschmissen, Akkuschrauber und dann Feuer. Das habe ich immer dabei. Das, ohne gehe ich da, also, ohne gehe ich zu sowas nicht mehr. Auto vollladen und los. Mein Chat sagt, hätte er gerne gemacht. Bedeutet, er hätte Sascha zwei Tage weggeschickt. Lass mich mal machen hier. Naja, also, ich sag mal, diesmal war Kielmus Boxer da, so, einer seiner Kumpels und der, der ist auch in der Veranstaltungstechnik unterwegs, der hat das schon, der, da bin ich mir ziemlich sicher, der hat das sehr gut gemacht. Also, das, was man, das, was man jetzt über die Camps sieht, das sieht auch sehr gut aus. Also, kein Scheiß, die, die Bude sieht wirklich top aus. Und er sagte gestern in dem Stream, wie gesagt, ich war da so 20 Minuten mit dabei, er hätte das auf jeden Fall ein bisschen mit der, äh, Sauerstoff-Schrägstrich-Wärme-Entwicklung so ein bisschen unterschätzt, ne? Er hat ja wirklich nur so ein super kleines Fenster, das nach draußen geht und das macht er beim Streamen immer zu, weil da sonst so viel Lautstärke reinkommen würde. War seine Aussage. Ja, das, äh, also, ich, ich sag's so, wie's ist, ich glaube, fast jeder Streaming-Raum braucht ne Klimanage. Und da habe ich, glaube ich, gestern so einen Gedankenfehler von ihm mit rausgehört. Er sagte, ja, er überlegt, ob er da jetzt so ein Split-Gerät einbauen soll, damit frische Luft reinkommt. Und ich hab's nicht in den Chat geschrieben und ich wollte mich da jetzt auch nicht aufdringen, aber ein Split-Gerät bringt ja keine Luft von außen rein. Ein Split-Gerät hat einen Wärmetauscher außen, zwei Leitungen nach drinnen, aber da läuft nur eine Flüssigkeit drum und eine Umwälzer, der dann die Luft aus dem Raum, äh, quasi ansaugt und gekühlt sozusagen wieder rauspustet. Also, da findet kein Austausch von Luft halt irgendwie statt. Das ist keine Klimaanlage, wie aus den amerikanischen Fernseh-, ähm, Filmen, so wie es in Amiland da gemacht wird, so mit dabei. Dann hast du halt wenig Sauerstoff. Aber den Austausch hast du ja so oder so, weil ja das nach oben steigt. Aber da ist die Frage, ob der nach unten kommt. Das wird wahrscheinlich schwer werden, ja. Also, ich denke, wer, ich denke, das läuft bei ihm im Sommer auf jeden Fall darauf hinaus, dass er, äh, das Fenster, äh, ausbaut, umbaut oder so und dass dann da irgendwie Sauerstoff reinkommt und dann gekühlt über eine Klimaanlage wird. Geht ja nicht. Geht ja nicht. Kannst du das Fenster nicht rausmachen, äh, aufmachen bei, äh, Leute. Also, das geht ja alles nach draußen. Ich kenne seine Ecke da nicht. Ich weiß nicht, wie das da so läuft. Keine Ahnung. Ich habe das nur so wieder, was ich gestern aus dem Stream mitbekommen habe. Das geht dann alles nach draußen. Ja gut, dann könntest du das ja andersrum machen. Dann könntest du ja quasi, äh, vor das Fenster von innen, ähm, eine Umweltsanlage oder, oder dann im einfachsten Fall eine Belüftung machen, die einfach nach draußen pustet, weil dann muss ja von irgendwo anders her Luft angesaugt werden, ergo aus deiner Wohnung von oben. Also, in der Theorie müsste das, äh, Fenster raus und dann Austauschereien wie die Ami-Klimaanlagen, die so im Fenster drinne stehen. So ein Ding müsste da rein. Okay. Ja, aber ich weiß nicht, ob das in solchen Maßen irgendwo zu kaufen ist. Also, ich sag mal so, es müsste auf jeden Fall ein Tauschgerät da sein, weil da unten, wie du schon sagst, würde es keinen Sauerstoff geben. Also, ich glaube... Er hat gestern erzählt so, man könnte sich abschminken, dass da jemals eine Konfetti-Kanone gezündet wird. Und ich habe das so gefühlt, als ich das erste Mal so mit Konfetti-Kanonen rumgeballert habe, ich habe die ein Jahr später noch diese scheiß Schnipsel überall gefunden, ne? Ekelhaft. Also, auf jeden Fall... Also, da muss schon irgendwie Sauerstoff rein. Und zwar mit Hochdruck, ja. Und eine Klimaanlage kühlt ja nur. Mhm. Aber da, ich weiß nicht, Sascha streamt ja jetzt eh erstmal immer nicht so lange. Aber dadurch, dass da jetzt halt alles auf einem Haufen ist, ist es halt schwierig, ne? Aber sein Rick steht ja nicht da unten drin. Das ist wahrscheinlich dann... Das ist ein Teil im alten Büro, ja. Mhm. Ja, das wäre ja der Killer. Genau, so in kleinen Weise so... Ja, Moment, ich muss mal einen kurz an mein Keyboard... Ja. Das wäre schon sehr negativ. Genau. Chat-Idee. Gasflasche in die Ecke stellen, noch zwei Stunden einfach leicht aufdrehen. Mhm. Super Idee. Für Sauerstoff? Ja. Ja, das ist aber ein bisschen teuer. Auf Dauer definitiv. Auf Dauer ist das sehr teuer, ja. Also, aufgrund der... Was man von dem Fenster und dem Mauerwerk so gesehen hat, würde ich sagen, das ist auf jeden Fall ein Altbau gewesen. Oder zumindest schon älter. Und ich glaube, da machst du auch nicht nur so Sachen wie irgendwie, keine Ahnung, durch die Decke nach oben bohren und dann irgendwie so einen Lufttausch in deine Oberetage oder was machen. Ich hatte das mal bei einer Wohnung, dass da irgendwie ein Vormieter oder der Vermieter selber so sehr großzügige Löcher gebohrt hat, um da irgendwelche Kabel durchzulegen. Und ja, aber da kommt, da geht ja auch nicht viel durch. Das ist ja, das ist ja dann, also, ne? Ja, wenn du so ein Ding machst hier? Mhm. Genau, Kernbüro und ab geht's. Einfach mal nach oben bohren, ja. Schönen Tag auch. Oh klar, warum nicht? Schwierig, 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 schwierig. Aber ein schönes Büro ist es geworden, definitiv. Alles schön an einem Platz, alles schön aufgeräumt und... Also ich... Sehr kompakt. Also, da brauchst du auf jeden Fall Klimaanlage, also auch Keller, so Leute. Das Ding ist ja, der Witz an der ganzen Sache ist, also, nicht, dass Sascha daran nicht gedacht hat, das will ich gar nicht sagen, so. Nur denken sich einige Menschen immer so, ja geil, Alter, ab in den Keller, da ist ja kalt. Nee, viel Spaß. Das ist halt, so das Einzige, was so den Vorteil, den du im Sommer hast, ist, dass das Mauerwerk halt kühler ist, weil von außen halt viel Kühle durch den Boden kommen, aber danach hört's auch auf. Legst du dich jetzt hin? Du magst Alex heute, ne? Okay, danke. Ähm, dass das von außen kühl wird, aber da drinnen kannst du halt einfach, kannst du, da kannst du einfach, das ist ja hier drinnen genauso. Bei dir wird's ja wahrscheinlich auch so sein. Das geht gar nicht. Wenn's wärmer wird, ist es hier sinnvoll, dass man sofort die Jalousien geschlossen hält den ganzen Tag über, dann geht es. So die ersten ein, zwei Tage, wenn's richtig warm wird, Temperaturen so Richtung 30 Grad gehen draußen, kann man hier auch ohne Klimaanlage noch ganz gut überleben, aber danach, wenn die Wärme einfach erstmal im Mauerwerk steckt und es einfach nicht mehr richtig kalt wird, ne, dann ist es wirklich sinnvoll, äh, Klima so im, regelmäßig laufen zu lassen oder in so einem Automatikmodus laufen zu lassen, dass die ab und zu anspringen. Und ich muss die nicht durchgehend haben, das mag ich auch überhaupt nicht, wenn's zu kalt ist, aber ja, das stimmt. Das ist ja auch nicht so gut. In Berlin lief die einfach mal vier Monate durch, durchgängig. Oh, scheiße. Ja, bei der ganzen Hardware, ne, noch dann on top, das ist schon krass. Naja, das Ding ist halt, was viele halt immer, also viele bedienen ihre Klimaanlagen halt falsch, indem sie halt ruckartig, wenn sie nach Hause kommen, das Ding anmachen und dadurch ist die Maschine so hart am Arbeiten, dass du halt ultra viel Strom verballerst, also sinnlos Strom verballerst. So, wenn du, sag ich mal, jetzt als, ich war dann halt ein bisschen korpulenter noch, sag ich mal, äh, bei mir ging das halt ab April los, so. Ab April war es so warm da drin, dass du nicht mehr vernünftig denken und arbeiten konntest. Und von April bis, äh, Ende September, Oktober war das Ding durchgängig auf der kleinsten Stufe an. Beide. Schlafzimmer und, äh, Schlafzimmer und, äh, Büro. Und das hat mich weniger Strom gekostet als alles andere. Weil die halt nicht so, die hat halt nicht mehr so viel zu tun. Die ist draußen nicht mehr so laut, äh, die hat halt vom Stromverbrauch, die muss halt nicht übelst hoch regulieren. Du kannst den Lüfter auf der kleinsten Stufe laufen lassen. Du musst halt zwischendurch logischerweise mal lüften, wegen Sauerstoff, ne, klar. So, aber, äh, das machen halt super viele Leute falsch mit ihren Klimaanlagen. Die kommen halt von der Arbeit, drücken das Ding an und dann auf volle, auf volle, äh, Puste hier. Das sind halt wie diese mobilen Dinger, die verbrennen nur Strom. Was anderes machen die nicht. Die kühlen auch nicht. Die machen, das ist schwachsinnig, das Zeug. Sag ich aus eigener Erfahrung, hab mich lange und, äh, mit einem Klimatechniker unterhalten und der lacht jedes Mal, wenn Leute, äh, mit so einem Ding da stehen. Weil es halt 0,0 bringt, weil die Dinger sind, die sind halt einfach hinten zum Beispiel, das ist das beste Beispiel, das, äh, saugt dir ja, tauscht dir ja deine Luft und innen drin hast du ja den, ähm, innen drin hast du ja den Kühlkörper, so wie du gerade gesagt hast, wird ausgetauscht und hinten geht das raus. So, aber hinten der Schlauch, der ist meistens einfach nur mit so einer Plastikschiene, wegen Komfort und Wegstellen, einfach nur so reingeschoben. Das heißt, der ist da schon mal gar nicht dicht. Das heißt, die ganze Wärme, die irgendwo hingeht, geht schon mal da wieder raus. So, dann hast du irgendwelche komischen Schläuche, da ist auch nochmal so ein Connector dran, ist genau dieselbe Scheiße in grün. Und dann stellen die Leute, haben die meisten Menschen irgendwelche komischen Dinger sich bei Amazon bestellt, die sich in die Türen rein oder in die Fenster reinhängen und dann den Schlauch raus und das ist auch super undicht. Das heißt also, das, was du da baust, ist Strom verbrennen. Mehr nicht. Wir haben uns dieses Jahr in der Hitzeperiode damit ein bisschen auseinandergesetzt und da gibt es, es gibt da einen richtigen Glaubenskrieg bei diesen Monoblöcken von Leuten, die ein Zweischlauchsystem benutzen. Es gibt auch Geräte, die sogar ein Zweischlauchsystem direkt ab Werk haben, also anbieten. Und es gibt Leute, die das dann nachträglich umgebaut haben. Also die dann hinten so noch einen Kasten dran gebaut haben und der soll sich dann über den einen Schlauch quasi Luft von draußen auch ansaugen und über den anderen dann wiederum die heiße Luft, die warme Luft austauschen, so was du da sagst. Ich kann dir bei mir sagen, ich habe da extra auch das Messgerät da dran gehangen. Ich hatte jetzt bei mir in dieser Hitzeperiode, die ja nicht besonders lang war, nicht wirklich viel, also nicht wirklich viel, also klar, man hat es gesehen, das waren schon ein paar Kilowattstunden, aber das war jetzt nicht so brutal massig viel. Das wird bei mir nicht ins Gewicht fallen, so in dem Moment. Und ich habe nur ein Einschlauchsystem und ich werde es nicht umrüsten. Und der Raum war bei mir hier auf jeden Fall deutlich erträglicher. Also es war kühler, es war nicht nur gefühlt, sondern es war auf jeden Fall kühler. Aber ich gebe dir recht, ein Splitgerät ist immer zu bevorzugen, aber das kann ich hier bei mir nicht einbauen. Ich werde meinen Vermieter nicht quasi anbetteln von wegen so, ah bitte, ich kriege ein Splitgerät. Die meisten sind da eigentlich ziemlich cool. Ja, deswegen ist es halt Klimawandel. Die meisten Leute haben es halt mittlerweile verstanden. Also so viele Neubauten, wie es gibt, wo Klimaanlagen mittlerweile verbaut sind, ist es bei uns in unseren Breitengraden nicht mehr so unüblich. So natürlich, ich sage mal so, vor 5, 6 Jahren hat es dir sagen können, naja, hast du halt so, hast du mal einen strammen Sommer, aber ist nicht so lang. So wenn du jetzt mal überlegst, letztes Jahr waren in Berlin 42 Grad, die Dachgeschosswohnung tot. Bist kaputt, ja. Du kannst weder schlafen, noch existieren. So und dann rechne ich den mal hoch, das hast du dann 3 Monate und in 3 Monaten bist du überhaupt nicht zu gebrauchen. Und jeder Vermieter, der dir sagt, nee, das wollen wir nicht, ist halt einfach, muss ich ganz ehrlich sagen, ein Clown. Weil die Leute denken halt immer, du machst da solche Löcher in die Wand rein und dann, nö, wollen wir nicht. Ja, gut. Also ich kann einen Hausbesitzer schon verstehen, dass er sagt, naja, pass auf, ich habe keinen Bock, dass du hier durch meine Dämmung und, keine Ahnung, vielleicht ist es nachher undicht und so weiter baust. Das kann ich absolut nachvollziehen. Und das kann dir immer passieren. Wenn du dir einen Glasfaseranschluss ins Haus legst und der wird unter der Grasnarbe gelegt oder sowas, dann hast du dasselbe. Wenn das unprofessionell gemacht ist oder sowas, dann kann das undicht sein. Und dann hast du die Feuchtigkeit im Mauerwerk. Und das will keiner. Und das hast du oben natürlich genauso. Aber am Ende des Tages, wenn das gescheit gemacht wird von Menschen, die davon Ahnung haben, das sind keine großen Löcher, da gebe ich dir recht. Aber auch da wieder, es wird da auch wieder Unterschiede geben, je nachdem, was du für eine Dämmung, Verschalung, was auch immer halt irgendwie hast. Bei der einen wird es kein Problem sein und bei dem anderen ist es halt, da stellt sich der Vermieter halt einfach nur ein bisschen doof an. Also hier zum Beispiel war es so, ich habe auch gefragt und mein Vermieter hat gesagt, weißt du was, probier mal einsamer aus, guck mal, weil wir, also er hat gesagt, er hat doppelte Dämmung eingebaut, extra, weil er weiß, dass die Sommer warm sind. Probier mal aus und guck mal. Und danach schauen wir einfach weiter. Und dann hat er gesagt, Passuf, du kannst dir vom Glaser auch bei der Terrasse, kannst dir das Glas rausnehmen lassen und machst dir eine Führung nach draußen. So groß, wie du es brauchst, und dann kannst du es rausführen. Und dann kannst du meinetwegen draußen hinstellen. Aber guck einen Sommer und dann können wir immer noch darüber reden. Und das ist halt besser als, nö, wollen wir nicht. Und ich sage mal so, Menschen, die quasi diese Dinger professionell einbauen und einzimmern, die machen das noch vernünftig wieder zu. Klar. Also ich habe ein Splitgerät in einer Wohnung bei mir schon mal drin gehabt und das hat bei mir auch ein Gas-Wasser-Mensch eingebaut. Auch inklusive mit durch die Wand bohren und so weiter und so. Das war super. Also das war dicht, da war gar nichts. Das war richtig top. Und das war auch Wetterseite. Also das ist schon so, dass da der Regen dann auch davor schlägt. Und am Anfang habe ich gedacht, so, ah, ärgerst du damit die Nachbarn, die dann direkt neben dem Kompressor draußen dann halt quasi ihren Balkon haben. Also nicht direkt, sondern es waren so fünf, sechs, sieben Meter oder so dazwischen. Hat nie einer was gesagt. Und wenn das Ding mal so ein bisschen läuft oder sowas, also jeder Rasenmäher ist lauter, also auch die Elektroteile. Außer das Ding macht jetzt gerade voll den Propellerabflug dann natürlich nicht. Also meine Maschine hat schon gut mal einen durchgezogen im Sommer. Also wenn richtig Action war. Also ich kann mich noch an den ersten Sommer erinnern, als das Ding in Betrieb genommen wurde und da waren, ich glaube 38 Grad waren da in Berlin. und das Ding stand draußen, Sonnenseite und die Sonne hat direkt drauf. Die Schüssel wurde, also das Ding hat einen Notabschalter bei 42, und ein paar zerquetschte Grad und das Ding hat sich Notabschaltet. Das ist also noch ein Sonnenschirmchen für deine Klimaanlage. Ja, witzigerweise ist das wirklich so, ich habe ein Sonnenschirmchen für meine Klimaanlage geholt, aber alter Verwalter hat die geschaufelt, Junge. Boah, das kannst du dir nicht. Aber das war wirklich so, eine Woche hat die wirklich, nonstop hat die gerammelt und gemacht und gemacht und danach ging es so. Weil dann war es halt drinnen, okay, aber das, also das war wirklich, das war unlebbar. Das war wirklich ununlebbar. Das hatten wir in der alten Wohnung auch, die war auch erste Etage, keine Ahnung, also die hatte auch keine Klima, also die letzte Bude, in der ich gewohnt habe und, also das war, bei einem knackigen Sommer auch nicht auszuhalten, gar nicht, null. Und dann auch mit Computern im Raum, geht gar nicht. Mein Chat hat vorhin was gesagt, Klimaanlagen sind bei Neubau im Niedrigenergiehaus Standard wegen notwendiger Zwangsbelüftung. Ja. Dann reden wir aber nicht über ein Splitgerät, weil, oder? Keine Ahnung, ich weiß nicht, zwangsläufige Lüftung, I don't know, was das bedeutet. Naja, also die, also die B- und Endlüftung findet ja über ein Klimagerät nicht statt. Da kommt ja keine Luft von außen rein. Keine Ahnung, was es mittlerweile gibt. Vielleicht gibt es eine mit dem dritten Schlauch, wo von draußen Luft kommt oder so. Da meine ich wirklich, also keine Ahnung. Ja, ich bin da auch überhaupt nicht drin. Null. Ich habe noch nie ein Haus gebaut, so. Ah, das kommt noch bei dir. Wieso? Weiß ich nicht, weil so Bauchgefühl sagt, du wirst ja das nochmal bauen und dann wirst du einen so einen Technikraum haben und da stehen dann, weißt du so, ja, das ist mein, das ist mein Serverschrank und das ist der Schrank mit Game-PC und Stream-PC und der ganzen anderen Technik und jetzt gehen wir mal dahin, wo die Action stattfindet, so, ja, und dann gehst du so, wird das alles einfach nur weitergeleitet. Ja, das wäre cool. Ist in Planung, ja. Schaffe, schaffe, häusle, baue, ist jetzt, bis 40 ist angesagt, habe ich mir vorgenommen. Volle, volle, volle Esse, volles Programm. Dann geht's los. Ab jetzt, ab jetzt wird, für die Zukunft gemacht. Sehr cool. Ja. Sehr, sehr cool. Ja, ansonsten war es jetzt, mit Ausnahme der Sachen, die ich gerade genannt habe, war es jetzt, glaube ich, hardware-technisch bei mir diese Woche relativ entspannt. Also, hier ist nichts weiter großartig vorgefallen. Vorgestern habe ich nachts einmal nochmal so einen kleinen Herzinfarkt bekommen, da bin ich nochmal, ich habe meinen Stream-PC nochmal hochgefahren und er hat einfach kein Bild ausgegeben. Da habe ich auch jetzt gedacht, was ist denn jetzt schon wieder los? Da machst du die Kiste nochmal aus, schaltest sie einmal stromlos, fährst sie hoch, war, dann ging es wieder, also, keine Ahnung, was die Kiste jetzt hat. Weil darauf, bin ich ganz ehrlich, habe ich jetzt wirklich keinen Bock. Das soll jetzt, das muss jetzt auch einfach nur laufen. Wenn was kaputt ist, ja, muss es reparieren, aber gerade erst in Betrieb genommen worden. Gerade erst. Und merke ich einen Unterschied zwischen einem Single-Stream-PC und einem Dual-System? Ja, sowohl positiv als auch negativ. Also das mit dem geklonten Bildsignal beim Rein- und Raus-Tappen versuche ich immer zu vermeiden. Ich versuche immer, dann am Stream-PC alles zu machen und anzuklicken und so weiter. Ich habe es auch noch nicht perfekt eingerichtet. Das war auf jeden Fall deutlich besser beim Single-System, aber dieses, du musst dich einfach null drum kümmern, was der Stream macht, weil du kannst deinen Game-PC einfach mal komplett runterfahren oder weißt ja gar was zu machen. Das ist schon sehr befreiend, sage ich mal, für mich. Und es gab ein kleines OBS-Update gestern auf Version, boah, ich müsste mal eben kurz nachgucken. Habe ich nicht installiert. Ja, ich mache das normalerweise auch nicht am ersten Tag, aber heute Morgen hat es mich angelacht. Auf die Version 27.11. Und ich habe mir kurz das Change-Log angeguckt. Da sind keine gravierenden Sachen jetzt irgendwie für mich drin gewesen. Ein paar kleine Updates und ein bisschen Krimskrams. Also nichts, nichts Gravierendes. Normalerweise warte ich auch immer erst noch mal so ein, zwei Tage ab. Manchmal kommt da ja noch mal so ein Hotfix nachgeschoben. Das ist bei OBS fast immer so bisher gewesen, bei den größeren Updates. Ja. Aber dieses kleine Update habe ich jetzt einfach gemacht. Keine Probleme gehabt. Läuft bei mir. Ich habe keins gemacht heute. Ich traue dem Braten noch nicht. Aber es ist auch schon seit zwei Wochen Ruhe. Nachdem ich jetzt alle Windows-Updates ausgemacht habe und alles hier getauscht habe, läuft alles erst mal wieder. Maka, du kannst dir nicht vorstellen, wie glücklich einer das macht, wenn die Schlüssel nicht abstört. Ich kann jetzt übrigens auch den Monitor drüben einfach anmachen. Es geht ja. Und er stürzt nicht ab. Ja, ja, ja. Er stürzt nicht ab. Also ich habe quasi einen Raspberry-Palm sonst gekauft, mit dem ich gerade nichts machen kann. Oh nein, das ist ja schlimm. Verdammt, was machst du denn jetzt damit? Ja, scheiße, ich weiß halt wirklich nicht, was ich damit mache. Ich habe keine Ahnung, der liegt ja jetzt einfach. Das ist wirklich doof. Ich gucke schon immer nach dummen Anwendungen dafür, aber ich habe leider noch nichts gefunden. Ich bin mir ziemlich sicher, du wirst sehr schnell etwas finden. Aber es ist doch... Ja, einen Piehole habe ich schon. Einen Piehole habe ich schon. Na klar. Aber mal sehen, was man damit jetzt noch machen kann. Aber ich sage dir, Alex, ich sage es dir so, wie es ist, diese Kamera, ich muss die wirklich austauschen, Alter, das geht nicht. Das geht nicht. Ich kann das. Ich kriege doch nicht übers Herz, verstehst du? Verstehst du mich? Ja, dann mach es doch einfach. Das geht nicht. Es ist viel Geld. Alex, du hast gesagt, also du und ich haben beide beschlossen, ich darf kein Geld mehr ausgeben. Das haben wir beide in diesem Format beschlossen. Nein, das habe ich so nie gesagt. So habe ich das nie gesagt. So, pass auf. Du bist, also einen sehr großen Teil von deinem Stream, fährst du aktuell mit deinem Rick durch die Gegend. Das heißt also, das ist kein Ding, was da nur steht, weil du es gerne hättest, sondern du benutzt es viel. Ergo, die Kamera macht da Sinn. Also red dir das nicht ein. Aber diese fette Vollformat-Kamera da zu stehen zu haben, ist schon dieser andere Overkill. Das ist so dieser Flex, also dieser, das ist schon so ein kleiner Ungeflex, weißt du? So ein bisschen so. Der Ungeflex damit, dass er sich, Ungeflex, dass er sich einfach mal so ein Achtfamilienhaus gekauft hat. Richtige Gönnung. Mhm. Genau. Warte, ich muss mal kurz gucken, was die gerade aktuell kosten. Mhm. Ah, die ist ja günstig geworden. Auf. Die ist wirklich günstig geworden. Die 6.000er, die kostet 500 Scheine. War mal teurer. Ja. Objektiv hast du noch, ne? Ja, daran soll es nicht scheitern, ja. Hier, 479 Euro kostet die. Ja, ist ja, ist ja ein Schnapper. Ey, es ist im Vergleich zu deiner, zu deiner, was hängt da jetzt dran? Äh, ne A7-3. Ja, im Vergleich zu deiner A7-3, ist es ein Schnapper, ist so. Das ist keine Ironie. Ein bisschen vielleicht. Du Pisser. Ein bisschen vielleicht, ja. Aber ich kann mich dazu nicht durchringen, Alex. Ohne Scheiße. Ich bin wirklich, ich wäre zum Schwaben. Ohne Scheiße. Ich wäre dieses Jahr wirklich zum Schwaben, weil ich, ich habe mir wirklich vorgenommen, mit 40 in ein Haus zu ziehen. Ich werde wirklich zum, zum Schwäble. Das ist, äh, ganz furchtbar gerade. Muss jetzt, muss jetzt nicht so schlimm sein. Wie? Doch, für mich ist das richtig schlimm. Oh doch, für mich, ohne Scheiß, Alex, das ist für mich richtig schlimm. Also ich habe jetzt wirklich acht Jahre, oder sagen wir mal, neun Jahre gelebt wie ein König, ja. Also gelebt wie ein König im Sinne von, geil, brauche ich, kaufe ich. So habe ich gelebt. Also sieht man ja auch. Das ist schwer. Also wirklich, ich habe mit dem, mit dem Streaming-PC, habe ich wirklich sehr lange gewartet. Das hätte früher, wäre das einmal passiert, und dann wäre das schon neuer gewesen. Okay, ich habe dieses Mal ich extra, ich habe Monate gewartet und habe mich zurückgehalten und habe gesagt, na, das kriegen wir schon, komm Mäuschen, das kriegen wir noch hin. Das schaffen wir noch. Na komm, ein Jahr ist noch drin. Okay. Ja. Aber das ist, es ist einfach, Mann, Alex, das geht so. Ich verstehe es. Es gibt so Dinge, die triggern einen einfach. Aber auf der anderen Seite, guck mal, auf der anderen Seite, Alex, habe ich jetzt, die Bruderia, wenn ich das tue, kann ich mir nichts für ein schönes für ein Wohnzimmer kaufen. Weißt du, ein Wohnzimmer, ich habe noch nicht mal einen Fernseher. Wenn meine, wenn ich mir meine Streamer-Kollegen angucke, wenn die da mal im Wohnzimmer sitzen, die sitzen halt einfach alle vor 100 Zoll Fernseher. Okay? Jetzt sag mir, okay, warte kurz. Wie viel, wie groß ist dein Fernseher und wie alt ist der? Wenn du das sagen möchtest, musst du nicht. Ich möchte es nicht sagen. Ich mache da, ich, ich, also mir ist mein alter 60 Zoll Fernseher dieses Jahr endgültig verreckt. Und den habe ich 2012 gekauft. So, und das war ein Gerät von Sharp, das war ein Aquos. Und dann ist das ein paar Mal im Stream eskaliert, weil ich im Stream nach Fernsehern gesucht habe und du sagst genau, was du haben möchtest und was du nicht haben möchtest. Und der Chat schlägt dir nur Sachen vor, die du ausschließt. Und dann habe ich, habe ich zweimal ein bisschen die Fassung verloren und das lag an mir. Ich habe mich da triggern lassen. Der Chat hat das nicht böse gemeint. Und vielleicht kommen ja auch Leute später rein, die es dann nicht gecheckt haben oder so. Ist ja okay. Und deshalb sage ich niemandem, welchen Fernseher ich mir gekauft habe. Aber der hat in etwa dieselbe Größe, ja. Also der ist, glaube ich, ein paar Zoll größer, weil 60 Zoll ist jetzt so eine, 60 Zoll ist jetzt kein gerades Maß mehr, aufgrund der Panelgrößen und so weiter. Also der ist ein bisschen größer, aber ist so preislich in etwa so, wie ich damals auch bezahlt habe. Ein bisschen teurer, nicht viel. Also ich kaufe mir zum Beispiel, ich käme zum Beispiel nicht auf die Idee, mir einen Fernseher jetzt für 2.000, 3.000 Euro zu kaufen, weil der jetzt OLED hat oder was auch immer. Ich habe keinen OLED-Fernseher. Mein Fernseher hat keinen OLED. Ich hätte es super gerne gehabt, aber ich bin einfach ein Jahr oder zwei zu früh dafür dran. In ein, zwei Jahren kriegst du die OLED-Fernseher wahrscheinlich schätzungsweise deutlich günstiger. Ich möchte mich jetzt nicht festlegen, aber das ist schon okay. Und ich nutze auch super, super gerne das Nvidia Shield TV. Also das ist für mich immer noch so mein Way to go, wenn es um so diese ganzen smarten Funktionen geht. Da kannst du halt alles mit nutzen und gib ihm. Da ist mir das also scheißegal, ob der Fernseher jetzt irgendwie Funktionen hat oder nicht hat, weil du kannst eh alles nachinstallieren, was du möchtest. So mit dabei. Aber ja, so ein Ding ist es. Nein, und der Chat hat da keine Schuld, aber das hat mich wirklich so in dem Moment getriggert. Wir haben ja schon mal über Trigger gesprochen. Und das war dann auch wirklich wieder, das war wieder eine dieser Situationen, die mir auch im Nachhinein so ein bisschen, da habe ich dann auch irgendwann die Notbremse gezogen. Das tat mir auch ein bisschen leid im Nachhinein, aber da habe ich dann auch wieder so gemerkt, ja, du kannst wirklich alles mit dem Chat besprechen, auch jeden Technik-Scheiß, aber es gibt so ein paar Themen, die suchst du dir einfach selber raus und fragst vielleicht mal, was der ein oder andere davon hält, aber du musst nicht alles mit dem Chat machen. Ja, man muss nicht alles mit dem Chat machen. Genau das. Ich habe auch hier meinen Stream-PC auch, das zu testen, Lasttests zu machen, auszuprobieren und so weiter. Das haben wir alles gemacht. Hinter mir stand die ganze Kiste, die ganze Schoße, ich habe alles ausprobiert. Alles mit dem Stream zusammen, kein Problem, aber den dann in Betrieb zu nehmen und den Audio-Scheiß anzuschließen, keine Chance. Das mache ich nicht mit dem Stream. Mir kommt da kein Ton. Du rauschst. Wieso ist das denn? Ja, ich habe doch gerade gesagt, ich schließe doch, nee, keine Chance, kein Bock drauf. Das mache ich auf Stream. Ich erinnere mich gerne noch dieses Jahr an das Rick. Das war, das habe ich gestreamt. Das war das letzte Mal. Ich wollte gerade sagen, das hört sich jetzt nicht so positiv an. Nee, das war das letzte Mal. Es ist halt eine Schraube abgebrochen. Ja, das hast du schon erzählt, ja. Und das ist danach nochmal passiert. Und ich kann das Wort handfest nicht mehr, kann es nicht mehr hören. So. Weil Menschen faseln, also wirklich, es gibt manche Menschen, die meinen das zwar gut, aber die faseln so ein Reis, da würde ich am liebsten den Kopf abreißen und den Hals schreißen. Äh, du sollst das doch aber bitte handfest anziehen und nicht immer wie Halk Hogen. Und dann sitzt du da und denkst dir so, Leute, ich saß euch jetzt ganz in Ruhe, ich habe es handfest angezogen, es hat sich verkeilt, es geht nicht mehr. Ich muss das aufbohren. Ja, aber dann nimm mal einen Gummi und bau das da rein oder hau mit dem Hammer rein, das geht alles. Dann sitzt du da und denkst so, auf dem Ding sind 20 Newtonmeter drauf, das hat richtig Zug, das ist richtig verkeilt, da kommst du mit einem Gummi nicht mehr weit. Dann bohrst du das an, es dauert länger, weil die Schraube natürlich, genau, der Kopf ist super stabil, aber das für den Imbus nicht. Also das ist schon bei einigen Menschen passiert, weil das sehr eigenartig ist. Also die Schraubenköpfe sind eigenartig, weil die, jetzt ist mir das nicht eingefallen, die sind halt schwarz, wie das genau heißt, weiß ich nicht, habe ich vergessen. Auf jeden Fall durch das Schwarze verkeilen die sich halt sehr oft und der Kopf ist dann nicht stabil genug, dass du es wieder rauskriegst. So, und dann bohrst du das auf und dann erzählt dir einer, du kannst gar nicht bohren! Denkst du so, was willst du von mir? Wie, ich kann nicht, was willst du, langsam und stetig bohren. Was willst du von mir? Warum dauert das so lange? Das ist schön ausgemacht. Einfach ausgemacht. Ich gebe mir das einfach gar nicht mehr. Ich möchte diese Menschen gar nicht haben. Diese besserwisserischen Menschen, die nicht, also die ist nicht anders, anfassen und das nicht wissen. Und dann gibt es ja auch die Menschen, die dir wirklich helfen wollen. Und damit die das nicht abkriegen, lasse ich es einfach. Lasse ich es einfach, weil ich möchte wirklich den Menschen, die das gut meinen, denen will ich nicht vor den Ranzen fahren, weil die anderen Menschen, da kann ich ausrasten. Das ist wirklich das Unhöflichste, was ich in meiner ganzen Twitch-Karriere kennengelernt habe, wenn du irgendwas baust, es funktioniert nicht und die Menschen erzählen dir so eine Scheiße, das ist der Wahnsinn. Du kannst fragen, Entschuldigung, ja, mach du. Es ist ja dieselbe Kategorie, wie zu sagen, okay Leute, pass auf, ich bin heute ein bisschen dünnhäutig, ich könnte mich bitte heute nicht ärgern. Das ist ja eine Aufforderung, das ist ja eine Aufforderung für alle, die dann sagen, ah, heute, heute ist mein Tag. Normal. Es ist genauso wie mit der Hardware. Wenn du keine Ahnung von der Hardware hast und nur in deinem Pool Ahnung von dem hast, was du vielleicht zu Hause hast, dann laber nicht dazwischen oder gib nicht deinen Senf dazu, wenn es um andere Hardware geht, von denen du keine Ahnung hast. Ich halte da meine Fresse mittlerweile. Früher habe ich auch meine Klappe aufgehalten und ich habe das gelernt. Ich habe es gelernt, dass ich das nicht alles verstehe und nicht alles weiß. Ist egal. Aber ich sage mal so, ich verstehe das. Nee, gibt es nicht mehr. Ich habe auch wirklich für mich die Konsequenz gezogen und habe auch jetzt mittlerweile gelernt, ich mache den Stream dann einfach aus. Ich quäle mich damit nicht. Also nur, um die Streamzeit vollzukriegen. Ich sage einfach, ey, Leute, ich mache aus und dann mache ich das für mich alleine. Weil es eh viel schneller geht. Weil du dir diesen, also größtenteils, nicht von allen, aber größtenteils den Quatsch nicht mehr durchlesen musst. Wie man, wie man eine Metallschraube rausbohrt, will dir einer erzählen. Wo auf der Verpackung von den Scheißbohrern draufsteht, mit wie viel Umdrehung man bohren soll. Will dir einer erzählen, wie man bohrt? Oder hast du, du hast wirklich, du hast einen Stahlbohrer drin und der erzählt dir voll, also wirklich vollends, der vollsten Überzeugung, dass du einen Holzbohrer drin hast. Stell dir das mal vor. Du hältst den in die Kamera, in die da, also schon ein ziemlich scharfes Bild und der erzählt dir wirklich bei einem fucking Stahlbohrer, nee, das ist, tut mir leid, aber das ist ein Holzbohrer. Und dann, und dann schaukelt sich das hoch und dann kommt der Nächste und Nächste und Nächste und dann denke ich dir so, was ist mit, also wirklich, wie doll seid ihr in eurem Leben gegen die Wand gelaufen? Ist das, ist das, aber dann, das ist auch dann offensichtlich auch ein Troll. Würde es da nicht mehr Sinn machen, dass man nur noch mit seiner, ich sag mal, sicheren Gruppe spricht? Oder so, also so, dass man dann den Kreis der Menschen, mit denen man kommuniziert, kleiner hält? Das ist eine Schmerkrankheit. Du liest immer diese Nachricht. Ja, natürlich. Du kannst, also es gibt keinen Menschen, wenn du deinen Chat nicht ignorierst, kannst du diese Menschen nicht überlesen und ignorieren. Das ist genauso, so, wenn du kochst, beim Backen ist das genau dasselbe. Alter, Menschen rasten da komplett aus und triggern aus dem ganzen, also wirklich aus dem Planeten raus, weil du es nicht so machst wie die. Und das ist, ey, das ist Verhalten, wo ich mir, wo ich mir wirklich jedes Mal, muss ich mich zusammenreißen, um nicht komplett auszuticken. Also ich bin ja so ein Mensch, ich sage extra so, ey Leute, ich möchte das erstmal ausprobieren. Ausprobieren, Erfahrungen sammeln, finde ich schöner, als alles nach Schema F zu machen. Also halt die Fresse und lass mich einfach machen. Oh nee, das ist zu viel Wasser. Oh nee, das ist nicht das richtige Rührjahrin. Oh nee, das ist das nicht. Und oh nee, das ist das nicht. Und du stehst da so und denkst dir so, Mann, ich will ein perfektes Brot backen. Nicht du, denn back selber eins. Was ist mit dir? Und dann beim nächsten Mal saß du, okay Leute, ich glaube heute könnt ihr mir mal ein paar Tipps geben, damit wir das ein bisschen verfeinern. Nö, jetzt will ich auch nicht mehr. Ja, okay. Ja, das kenne ich aber auch. Okay. Und dann hast du aber wirklich, und das habe ich gelernt, hast du wirklich ein, zwei Leute dabei, die das cool machen und auf diese achte ich dann auch nur noch. Den Rest ignoriere ich. So, jetzt du. Entschuldigung. Die Frage aus dem Chat war bei mir, ob das dann nicht schlechte Moderationsarbeit, egal jetzt von wem ist, wenn dann solche Sachen drin sind. Ich glaube, also gerade jetzt bezogen auf die Schrauben, ich glaube gerade bei solchen Handwerksstreams oder sowas, da kannst du nicht einfach jemanden, der einen falschen Tipp geschrieben hat, mal eben timeouten oder bannen. Das macht ja keinen Sinn. Das kannst du ja dann meistens vielleicht auch als Moderator nicht gerade, vielleicht nicht richtig einschätzen oder so. Oder den Chat auf Emote Only stellen. Ich fand das so witzig. Ich bringe jetzt mal ein anderes Beispiel. Das hat auch was mit Trigger-Thema zu tun. Monta hat gerade vor zwei, drei Tagen in seinem Stream, habe ich abends mal wieder reingeschaltet. Ich habe schon Ewigkeit nicht mehr mal Monta reingeguckt. Ich gucke abends bei seinem Stream rein und er erzählte so ein bisschen was über seinen Ex-besten Freund Memo. Die haben sich irgendwie ein paar Monate jetzt nicht mehr verstanden. Und ich dachte so, wieso kommentiert das keiner im Chat? Der ist die ganze Zeit nur am Spam, am Spam, am Spam, aber nur seine Emotes. Und es war schon spät. Ich habe mein Gehirn schon ausgeschaltet, bis ich dann so nach einer Minute gecheckt habe, ach, der hat den Emote-Modus an. Weil er keinen Bock hat auf diese ganzen dummen Kommentare zwischendurch, bevor er die Story zu Ende erzählt hat. Vielleicht benutzt du auch nur den Emote-Only-Modus, wenn du das nächste Mal irgendwas bastelst. Das ist auch schon wieder so ein richtiger Experte heute im Chat. Den habe ich auch schon wieder gefressen. Vorhin schon ganz nett drauf hingewiesen. Aber da mussten wir mal reinhalten. Das hat nichts mit fünf Minuten zu tun. Das ist einfach nervig. Und das versteht ihr als Zuschauer gar nicht, wenn dir hunderte Menschen so einen Müll schreiben. Also wirklich, wenn du ein Thema drinne bist, es ist sowieso schon arschstressig, sich in Gefilden zu bewegen, wo man sich nicht wirklich auskennt. Aber man möchte es gerne mal ausprobieren. Oder dir geht irgendetwas kaputt. Da bist du im Kopf schon auf einem ganz anderen Stresslevel. Und wenn dir jetzt, dann stell dir mal vor, du bist auf der Baustelle und dir quatschen 300 Leute ständig irgendeinen Reiß rein. Was würdest du tun? Da würdest du ausrasten. Da gebe ich dir absolut recht, ja. So, und das stellt euch jetzt mal in der Superlative vor. Menschen sind anonym. Sie erzählen noch mehr Scheiße. Und das steigt exponentiell. Was willst du da machen? So, wenn du deinen Chat nicht ignorieren willst, jetzt so wie, weiß ich, Monte oder so, dann bist du völlig am Arsch. Weil die Leute, die verstehen das auch gar nicht. Du kannst wirklich super sachlich sagen, Leute, benehmt euch bitte ein bisschen. Reißt euch zusammen. Ich mach das schon. Und dann unterhalb bin ich später. Kriegst du gar nicht hin? Also ich hab das beim Kochen, wo du vorhin sagtest, von wegen, du machst alles falsch. Als ich angefangen habe, im Stream zu kochen, fand ich, war das Level auch extrem anstrengend für mich, den Chat zu lesen und gleichzeitig mich dann immer noch auf Essen, Kochen konzentrieren. Oder auch so Sachen von einem Anbieter, der sowas wie Hallo Frisch heißt, übersetzt. Da fanden Menschen das total schlimm, dass ich das Rezept eins zu eins gelesen habe. Aber ich hab mir gedacht, ich will mal ausprobieren, wie der Anbieter sich das vorstellt, wie das gekocht werden soll. So, ich kann auch einen Schnitzel kochen, panieren und in die Pfanne hauen. Ich kann auch so machen. Aber es ist total witzig, nach solchen vorgegebenen Rezepten sich dann daran zu orientieren, obwohl die einzelnen Schritte dir total klar sind, du die schon tausendmal so gemacht hast. Und gerade beim Kochen, es gibt für viele Sachen verschiedene Wege. Und da gibt es irgendwie dann kein komplett richtig oder komplett falsch. Ich meine, klar, du kannst alles dann irgendwie verhauen. Und das ist bei mir im Laufe der Zeit immer angenehmer und besser geworden. Also bei mir im Chat jetzt, wenn ich was koche oder sowas, ich hab dann auch ein paar Mal gesagt, so ja, das ist schön und gut. Und jemand hat mich darauf hingewiesen, ja, pack doch die Knoblauchzehe noch mit in den Backofen, dann kriegst du noch ein stärkeres Aroma. Und dann habe ich zwei, dreimal gesagt, so ja, das stimmt, aber ich mach das jetzt so. Und dann war okay. Also gerade beim Kochen, ich lerne da super, super gerne was dazu. Aber wenn ich dann so in dieser Stresssituation bin, jetzt eine gewisse Abhandlung zu machen oder ein gewisses Zeitmanagement einzuhalten, dann kann ich mir nicht in dem Moment noch überlegen, so ja, wir packen die jetzt nochmal für zehn Minuten in den Backofen, weil dann ist Aroma noch besser drauf. Aber das stimmt schon. Ist bei allen so. Selbst wenn du deinen Computer baust oder was auch immer, dieses Ganze, dieses zum Beispiel, ich baue mal mein Stream oder ich baue mal mein Büro im Stream auf. Im Leben mache ich das nicht mehr. Boah, ich hab, nee. Also entweder liest du den Chat gar nicht und scheißt da drauf und die Leute können sich das angucken oder du machst es nicht. Dieses Mal habe ich es nicht gemacht. War eine sehr weise Entscheidung. Vor allem warst du auch deutlich schneller, würde ich mal sagen. Ja, okay, pass auf. Okay, pass auf. Du wärst deutlich langsamer gewesen, wenn du es gestreamt hättest, so rum. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, das sind auch nicht mehr so Dinge so, da willst du, also ich will den Content auch gar nicht mehr machen. Ganz ehrlich nicht, weil das kostet viel zu viele Nerven. Also es kostet wirklich viel zu viele Nerven, weil du... Nee, weil du bist ja sowieso, also schon mal, wenn du 500 Meter Kabel legst, bist du sowieso schon so im Tunnel drinne, weil jede Strippe muss passen, damit das beim ersten Mal funktioniert und nicht, oh, ich mach alles an und scheiße geht nicht. Und dann nebenbei noch Chat lesen ist einfach so, oh, nee. Nee, danke. Früher fand ich das voll gut. Und heute ist das überhaupt nicht mehr Balsam für meine Seele. Nee, das ist einfach kein Balsam mehr für die Seele. Ich hab mich dieses Jahr für Balsam entschieden. Das ist übrigens dieselbe Kategorie, wie du guckst das erste Mal in ein Spiel rein und der Chat macht so nicht richtiges Backseat-Game, aber sagt dir halt schon genau, was du jetzt besser machen solltest vielleicht. So, weil der Chat das Game schon kennt, ne? Das ist ein Riesenunterschied zwischen, okay, scheiße, ich komm hier grad nicht weiter. Sag mal, was wär denn jetzt die beste Möglichkeit, um das Problem jetzt hier zu lösen? Und dann sagt dir jemand, Darauf antwortet keiner. Ja gut, das kommt auf das Spiel dann und so weiter. Aber ja, das ist der Worst Case dann. Aber ich find das auch so schade, wenn man ältere Spiele, oder überhaupt Spiele, die schon seit einer Zeit released worden sind, versucht im Stream zu spielen und dann gibt dir, es gibt immer diese zwei Leute, die dir einfach nicht die Möglichkeit geben, das Spiel alleine rauszukriegen. Oder er überhaupt... Ja. Ja, das finde, das hab ich auch, das hab ich auch sehr. Ich tu mich damit wirklich schwer. Ich hab das jetzt bei Tankstellen-Simulator auch wieder gemerkt. Mittlerweile bin ich da ein bisschen entspannter so und sag den Leuten, ey, ich würd's gerne alleine spielen, so, alles cool. Aber ich hab's da auch wieder gemerkt, boah, Dizzy, du musst ans Telefon. Und dann denkst du so, ich will nicht ans Telefon, weil ich ganz genau weiß, wenn ich an das Telefon gehe, passiert genau das, was ich weiß, das passiert, aber du willst es unbedingt und aus Trotz geh ich schon nicht ans Telefon. Dizzy, jetzt geh doch mal bitte ans Telefon. Dizzy, deine Aufgabe ist, es ans Telefon zu gehen. Jetzt geh doch bitte ans Telefon. Ich könnte drei Stunden nicht ans Telefon gehen. Einfach nur, um den Chat zu sagen, so, nee, ich möchte das gerne alleine spielen. Ich bin aber auch echt ein sturer Bock. Bin ich auch. Das ist beim Backen genau dasselbe. Beim Backen, beim Basteln und Bauen ist das immer dasselbe so, weil ich möchte das so gerne machen, wie ich das möchte, nicht so wie du das möchtest. Und wenn ich möchte, dass wir das anders machen, dann frage ich dich. Also, den Zuschauer. Bei mir steht gerade noch, der Typ bei dem Biber-Spiel hat übelst genervt, der Ami. Das war das Game Timberborn. Ja. Ist übrigens ein super schönes Aufbauspiel. Ich hab das jetzt außerhalb vom Streamen bestimmt schon noch 10 Stunden weiter gespielt. Ist echt schwer. Man muss also, für mich als Aufbau-Noob ist das echt schwer, erst mal zu überleben. Und wenn man das hinkriegt, zu überleben, dann muss man sich erst mal überlegen, ja, wie kann ich jetzt überhaupt wachsen, ohne sofort wieder umzukippen. Aber egal. Jedenfalls war das halt eine Promo-Vers-Bounty-Board. Hab ich mal angenommen. Macht man halt. Und da war so ein Ami mit im Chat die ganze Zeit. Und ich glaube, das wird einer von den Entwicklern oder jemand, der mit dem Spiel irgendwie zu tun hat gewesen sein. Hat sich aber nicht als solches kennengegeben. und der hat die ganze Zeit die ganze Zeit nur gesagt, was man machen muss. Die ganze Zeit. Ja, du kannst auch, also auf Englisch die ganze Zeit, ja, du kannst auch einen Square ziehen, damit du alle Bäume abpackst. Und ich hab halt jeden Baum einzeln angeklickt, der gefällt werden musste, weil da waren auch kleine Bäume dazwischen und ich wollte nicht, dass die kleinen Bäume gefällt werden. jetzt weiß ich, dass die Bäume erst wachsen müssen, bis sie fertig sind. Aber, ne? Und ja, und du musst das hier so machen und da musst du das so machen. Und ich war, das ist natürlich, gerade bei einem Game wie Timberborn, das ist echt schön, weil das auch so viele kleine Feinheiten hat, die man auf den ersten Moment nicht checkt, dass dir da mal vielleicht jemand sagt, ja, pass auf, klick mal da. Oder mach mal da. Aber so, die ganze Zeit, boah, das ging mir auch ein bisschen auf die Eier. Ich hab dem das auch dann zweimal gesagt und dann, irgendwann hab ich's ignoriert. Irgendwann hab ich's ignoriert. Ich bann solche Menschen, die das nicht verstehen. Regelroß. Also auch wenn, es gibt ja, es gibt ja auch Momente, wo halt auch Chatteilnehmer mal einen schlechten Tag haben. Das kann ja immer mal vorkommen oder das gerade nicht so eine rosige Zeit ist und dann sind sie oft in Stänkerlaune, weil sie das irgendwo hinmachen müssen und man sagt dann so, hey, äh, also ich frage immer schon nach, hey, hast du vielleicht einen schlechten Tag? Geht's dir nicht so gut? Damit man das halt einordnen kann und wenn dann jemand richtig frech ist, dann kriegst du ja erstmal, also, wenn Leute wirklich richtig pumpig sind und das nicht verstehen, dann kriegen die 24 Stunden Pause. Ab in den Pauseraum. Ja, ich hab letztens jemanden aus meinem Chat, der gerade zuhört, äh, zwölf Stunden getimeoutet, weil er gesagt, äh, in meinen Chat geschrieben hat, Jim, du blutest. Überhaupt nicht nachvollziehbar ohne den Kontext, ne? Tarkov, ich lauf, bin billig, gehe rein, loot ein bisschen Zeug, hab zu wenig Medic-Kram dabei, lass mich anschießen, wie das halt so passiert, der ganz, der, 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 der muss, hab mich schon die ganze Zeit gerechtfertigt, ja, sorry, mir ist mein, mein Medic-Zeug ausgegangen, bla bla, dies, das und ich hatte einen echt scheiß Tag, also ich war echt mies drauf an dem Tag, also wirklich. mein Fehler beim nächsten Mal werde ich wahrscheinlich dann früher sagen, ey Leute, ich bin grad scheiße drauf, ich mach jetzt aus, muss ich auch lernen, haben wir ja schon mal drüber gesprochen und dann hab ich mich erst, ich hab mich wirklich gegenüber drei Leuten, meine ich zumindest, gerechtfertigt oder dazu gesagt, von wegen, ja, ich hab keine anderen Medics mehr, ich kann jetzt nichts machen, ja, ich muss jetzt schnell raus. Ja, und dann fing ich, wie das so ist in Tarkov, dann fängst du wieder an zu bluten, leichte Blutung und dann schreibt diese Person zu mir in den Chat, ey Jim, du blutest und ich hab halt echt gedacht, weil ich's ja nicht besser wusste in dem Moment, der will mich jetzt halt einfach nur ärgern und der hat gemerkt, dass ich heute schon einen scheiß Tag habe. Meinst du Refunex? Nee, Daddljunkie. Ja, manche Menschen haben halt einfach ein scheiß Feingefühl wie ein fucking LKW so. Ist halt wirklich so. Feingefühl wie ein scheiß LKW. Ja, aber überleg mal, du gehst ja dann nicht davon aus, dass dein Zuschauer einfach immer bei dir vor deinem Bildschirm sitzt und die ganze Zeit so macht und alles von dir aufsorgt. Viele Streams laufen eigentlich nebenbei, manche Leute sind AFK, manche Leute haben das auf dem Handy und whatever so. Du kannst nicht davon ausgehen, dass jeder immer alles so mitkriegt. Und gerade in solchen Situationen vergesse ich das auch und da bin ich auch einfach selber schuld. Geht so. Aber ja, manche Leute haben halt auch ein Feingefühl wie eine Betonmaschine. Ist so. Mhm. Ja, also ich sag mal so, wenn du merkst schon, dass der Streamer kacke drauf ist, dann sollte man sich sowas halt sparen oder einfach gute Stimmung machen oder was weiß der Geier. Ey, Party. Ey, Party. Ich find's immer noch so witzig, dass du ne Cap hast und ich nicht. Ja, mal gucken. Vielleicht krieg ich ja irgendwann nochmal so ein Paket. I don't know. Reicht die dir schicken? Ne. Okay. Ne. Ne, brauchst du nicht. Ey, Refunex, ich bäsch dich nicht. Entschuldigung, du hast auch schon so ne Phase gehabt, wo du immer weiter sticheln musstest. Deswegen. Das macht er bei mir aber auch. Ey, bei mir macht er das nicht mehr. Ich gender assume jetzt. Bei mir macht er das nicht, weil ich hab ihn dafür schon mal rausgeschmissen. Weil ich, das Ding ist ja, ich geh ja bis zu nem gewissen Punkt und dann schmeiß ich Leute einfach raus, weil ich lass mich ja nicht auf der Nase rumkant. Weil dafür, das kannst du woanders machen, den Affentanz. Ist mir auch scheißegal. Ich glaub, letztens hab ich dann, ja, letztens hab ich auch schon wieder rausgeschmissen, der gesappt hat. Ist mir sowas von dermaßen scheißegal. Ja gut, das steht ja nicht im, das steht ja nicht im Zusammenhang miteinander. Wenn jemand bei dir reinzappt, aber trotzdem ein rassistisches Arschloch ist und irgendwas in deinen Chat schreibst, dann banst du ihn ja deshalb nicht, weil er für den Sub ist, sondern natürlich banst du ihn deshalb. So, und dazwischen gibt es sehr viele Stufen zu, naja, nur weil du Sub bist, darfst du dir ja nicht alles erlauben. Ist halt so. Fertig. Ja, es gibt ja auch, ja, mein Chat weist mich gerade darauf hin, dass es bei mir ein Lied gibt, dass ich mit, dass ich mit mal, dass ich sehr negativ assoziiere und das hat was mit Affen, die durch den Wald rennen zu tun. Das ist bei mir auch nicht gerne gesehen. Ich finde das lieblich. Sehr gut, das macht auch Sinn. Nee, aber unterm Strich, wo wir jetzt gerade beim Thema sind, bannen und timeouten und so weiter, unterm Strich, ich banne nicht oder ich timeoute nicht irgendwie andere Meinungen bei mir weg. Ich weiß, dass du das auch nicht machst. Ich habe das schon so oft bei anderen Streamern gesehen, ob es da um die Werbepartner geht oder um eine andere Meinung oder sowas. Da wird dann einfach, wenn man keinen Bock hat, darauf einzugehen, da wird einfach gesagt, raus hier, das geht ja gar nicht, zack, ne? Und dann wird einfach erstmal weggebannt. So, das habe ich schon so oft miterlebt, gerade, also jetzt nicht in längst jüngster Vergangenheit, aber schon ein bisschen her. Das mache ich halt auch nicht. Wenn einer eine andere Meinung hat, dann ist das halt so und dann muss ich das jetzt nicht, ja. Das ist auch schwarz so nicht. Also, ich finde sowieso, also nur, weil man, weil man Streamer ist, also man hat ja Hausrecht, man kann ja jeden rausschmeißen, egal für was, davon mal abgesehen, aber sowas, denke ich mal, also das ist ja Kinderkacke eigentlich, jemanden rauszuschmeißen, weil er eine andere Meinung hat, ist ja, ich weiß nicht. Also, wenn mir wirklich einer auf den Sack geht, so, okay, dann sage ich dem das auch. Also, wenn einer immer frech ist, was mir halt wirklich auch sehr oft auf den Sack geht, ist dieses, oh, ich mag den anderen Streamer oder Content Creator nicht und das ist auch so ein Ding, das ist eine ganz große Krankheit, dass Menschen sich das Recht rausnehmen, zu beurteilen, mit wem du denn spielen sollst oder dass einem dieserjenige nicht gefällt. wo ich mir dann wirklich an den Kopf fasse und denke, Maga, ich komme doch auch nicht zu dir nach Hause und sage, dass ich deine Freundin scheiße finde. Was ist mit dir? What the fuck? Wenn dir das nicht gefällt, mach es aus. Wenn dir der nicht gefällt, ey, ignoriere den oder mach was auch immer. Also wirklich, bei einigen Menschen ist der Mitteilungsdrang so extrem, dass auch sowas unbedingt gesagt werden muss, weil man dann denkt, ja geil, sie hört jetzt auf mich und fährt dann zum Beispiel nicht mehr mit dem. Das habe ich bei mir super selten. Also es kommt immer mal vor, dass mal jemand, also nicht einen Vorschlag macht, aber so sein, da das breittritt, aber das ist super, super selten. Und dieses nicht schlecht über andere Streamer reden Ding, das macht der Chat eigentlich gar nicht. Und wenn man mal hier diese bekloppte, hier Twitch Clips Germany oder sowas sich mal anguckt und dann jemand schreibt, boah, der, die, das finde ich jetzt nicht so gut oder so. Solange das im Rahmen ist und dann nicht beleidigt wird, finde ich das auch völlig im Rahmen. Wenn ich da jemanden sehe, auf den ich keinen Bock habe, dann halte ich meine Fresse. Dann denke ich mir meinen Teil. Oder ich skippe einfach nach vorne. Das reicht. Eben. Das Leben ist so einfach. Also es ist halt wirklich super einfach. Sag mal, sind wir schon wieder anderthalb Stunden am Quatschen? Ja, schon wieder am Sabbeln hier. Anderthalb Stunden. Es geht ja schon wieder weg wie im Flug. Es tut mir wirklich leid, Alex, dass ich das jetzt machen muss. Aber Hartfisch, ich grüße dich, du wundervolles Wesen. Ich habe dich vermisst. Ich lese dich schon sehr lange nicht mehr. Ich hoffe, bei dir ist alles tippitoppi und galoppi. So, jetzt kommen wir wieder. Alex. Ein Problem? Ja. Ich. Nils. Was kommt denn so demnächst noch an Hardware raus, was man sich mal so gönnen müsste? Ein Hardware? Ja, hast du irgendwas auf dem Schirm? Es gab ja Leaks zu dem neuen Prozessor von Intel. Der sieht auf dem Papier erstmal ganz interessant aus und alle sofort wieder so, eine neue CPU von Intel, die ist ja voll geil, die ist ja viel besser als die von AMD. Und dann denkst du dir so, ja, das waren Leaks. Warte doch erstmal, bis die rauskommt. Und willst du jetzt wieder auf den Hersteller gehen, bei dem du garantiert bei der nächsten Generation ein neues Mainboard wieder brauchst? Ich meine, kannst du dir halt überlegen. So die Richtung. Ich meine, hey, ich bin kein Intel-Hasser. Ich habe selber jahrelang Intel-CPUs und Mainboards halt benutzt. Und ja, wenn du halt ein Upgrade machen musst, dann musst du halt meistens ein neues Mainboard dann holen, weil der Sockel immer wieder geändert wird oder weiß der geil was oder weil es inkompatibel ist. Aber ich bin, was die CPUs angeht, für mich komplett bei AMD gelandet und ich sehe da auch nicht, dass ich in absehbarer Zeit wieder switche oder wechsle. Was kommt noch? Was ich jetzt keine Infos zu habe, war die Grafikkarte von Intel. Das ist Monate her, dass ich das letzte darüber gelesen habe. Ich habe keine Ahnung, was da jetzt, wann da jetzt angepeilt ist, dass da was rauskommt. Ich glaube, es ist einfach scheiß Pandemie, mal ja. Ja. Also wenn du, wenn dir Tefal und der sagt, ey, sorry, wir haben gerade nicht so wirklich viel Opti-Grills im Sortiment, dann weißt du schon Bescheid. Es ist, glaube ich, also so die, jetzt kommen gerade die Nachwehen von der Pandemie, glaube ich, so richtig durch. Ja. Ich glaube, das wird auch nochmal so eine Chipped-Shortage-Pandemie-bedingte, wir haben dann jetzt doch nichts mehr, große Negativwelle kommen. Also ich glaube, das schwappt nochmal so zurück. Ich denke auch, dass es nochmal kommt, ja. Vermutlich auch. Ja. Definitiv. Ne, ansonsten, also sowas wie, keine Ahnung, irgendwelche neuen Standards, dies, das, das juckt mich alles gar nicht. Also das ist mir völlig egal. Also ich habe jetzt nichts auf dem Schirm, was jetzt so hardware-technisch demnächst aufschlägt, wo ich mal meine Öhrchen dran halten werde. So gar nichts. Ich gucke mir nichts mehr an, oder ich will nichts kaufen. Alles, wo Sony draufsteht, nope, nein, mh, ah, nein, nope, mh, nein, nope, 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 nope. Wir haben bei mir im Stream ein Video von Linus Tech Tips gesehen zum Thema Hull, also Reverb. Ja. Da haben die in ihrem Produktionsstudio, also nicht in ihrem Studio, sondern da, wo auch die ganzen Maschinen stehen, haben die von Elgato diese Schallschluck-Elemente, wie heißen die nochmal? Boah, ich habe den Namen vergessen. Ich auch. halt an die Wand gemacht und haben vorher gemessen, dies, das und haben dann schon gespoilert, hey, vielleicht bringen wir ja nochmal ein eigenes Produkt in dieser, aus dieser Serie irgendwie so raus, ne, fand ich ganz witzig eigentlich. So und, und im Grunde haben sie in dem Video nichts anderes gemacht, als zu sagen, hey Leute, ihr müsst euch nicht die ganze Wand voll klatschen mit irgendwelchen Noppen, Schaumstoff oder diesen, diesen Elementen, weil die ja kosten ja auch schon mal ein bisschen Geld, aber man darf halt auch nicht einfach nur sagen, naja, die sind scheiß teuer, weil im Vergleich zu anderen Produkten aus dem Akustikbereich sind sie es halt eben nicht. Also wenn du dich mal anguckst, was so wirklich Tontechnik, Schallschluck-Elemente dann halt wirklich kosten oder solche Absorber und wiederum auf der anderen Seite haben sie dann im Prinzip zwei Layer aufgehangen, also mit so und so viel Prozent abgedeckt und so und so viel Prozent abgedeckt der Fläche und haben im Prinzip dann gemessen, wie viel besser der Klang geworden ist, also wie stark dieser Hall reduziert worden ist und ja, in dem Video hört man das so ein bisschen raus, es ist auf jeden Fall deutlich besser geworden, aber ich finde auch, ehrlich gesagt, weil die haben halt komplett weiße Wände und dies, das, das und das und haben halt diese schwarzen Dinge aufgehangen, ich fand das da optisch halt auch nicht wirklich gut aus. Das muss halt auch passen. Also du kaufst dir nicht diese schwarzen Schallschluck-Elemente, klebst dir die an die Wand, wenn das einfach überhaupt nicht da so reinpasst. Ja, deine Bude ist ja extra so gemacht, wie du das gemacht hast. Also bei dir würde das gut reinpassen. No joke. So und ich sag jetzt ja auch nicht, ich laufe jetzt sofort los und kaufe mir das Ding, weil ich das bei Linus in einem Video gesehen habe und weil das in Elgato ist und ich sage so, ey Elgato, könnt ihr mir mal zwei, drei Startup-Sets geben? Ich hänge die hier so auf. Mache ich ja auch nicht. Aber ich weiß, dass ich in meinem Raum hier auch noch ein Problem mit Hall habe. Also das könnte man noch verbessern. Hä? Du klingst doch 1A. Ja, aber ich, kennst du das nicht, wenn du, wenn du, das Gras auf der anderen Seite ist doch immer grüner. Und ich, ich höre mir dann meinen Stream an und ich höre so, dass ich, also ich rede gerade auch ein bisschen nasale, ein bisschen erkältet gerade wieder so. Und dann hörst du dir deinen Stream an und denkst dir so, boah, du haltest total nach. Was ist denn das? Und dann höre ich mir deinen Stream an, dann höre ich mir bei dem einen was rein, bei dem anderen was rein so und irgendwie klingen dann die Mikros bei den anderen Leuten irgendwie immer besser. Und das ist auch der Grund, warum da vorne drei Mikrofone liegen. So, weil ich nie zufrieden war. dann kaufst du dir das Audio-Technica, dann kaufst du dir das Rode Procaster, dann kaufst du dir das, 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 und ja, natürlich habe ich auch hier mit Bassfallen und so weiter damals gearbeitet, das habe ich jetzt gerade halt alles nicht mehr an der Wand. Ja, ja. Ist doch gut, brauchst du kein Geld für ausgeben. Das denke ich mir dann halt auch. Du könntest vielleicht hinten den Hintergrund ein bisschen mal anhübschen. Oder eventuell mal deine Tür zumachen und die Wasserflaschen da weg. Ja, Moment, Moment, Moment. Heute, heute, Stand heute ist ein Arbeitsvertrag unterschrieben worden, der bedeutet, dass ich nicht umziehe. Also nicht ich habe einen Arbeitsvertrag unterschrieben, aber ein Arbeitsvertrag wurde unterschrieben, der bedeutet, ich ziehe nicht um. Das heißt also, jetzt steigt mein Interesse, meine Bude hier wieder fertig zu machen, wieder exponentiell nach oben. Ja, okay, alles klar. Dann habe ich auch an der Stelle nichts zu sagen. Verzeihung. Nee, alles gut, alles gut. Ich sehe das genauso wie du. Wenn ich zum Beispiel hier so sitze, ist der Bereich komplett ugly und hell und wenn da Licht reinkommt, dann ist das eine Riesenlichtquelle und ja, meine Casting-Couch halt. Das könnte man wirklich viel schöner machen. Ja. Denn Just Chatting könntest du hinten auf der Couch machen zum Beispiel. Eigentlich möchte ich da vorne die Couch 90 Grad drehen, da hinten an die Wand noch einen Fernseher und dass man da so eine richtige kleine, ja, so eine Chill-Ecke so hat, so weißt du, dass man sich da richtig auch gerne hinsetzt und hinbankt so, ne? Okay, ja. Also hinbankt ist jetzt kein guter. Auch zum Streamen. Das war auch mal der Gedanke, dass da hinten eine Kamera hinkommt, wie du gerade schon gesagt hast, dass man von da aus was macht, ne? Klar, keine Frage. Soll ich jetzt den Part übernehmen, den du sonst bei mir übernimmst? Wie oft wirst du da drinnen sitzen? Wann spielst du mal was anderes außer Tag auf? In der Couch, in einem Stream? Wie viele Mikrofone hast du, die du dir an den Kopf machen kannst, damit du dich da hinsetzen kannst und meinst du, dass sich das lohnen würde, sowas da zu bauen? Stell doch die eigentliche Frage. Was kostet der Spaß, wenn ich das so mache, wie ich das umbauen möchte? Ne, die Frage brauche ich nicht stellen. Kann ich dir jetzt schon sagen, dass es unsinnig ist, weil du so viel Tag aufspielst, dass das überhaupt nicht dein Content sein würde. Dass sich das lohnen würde, das umzubauen. Wenn du das natürlich in deiner Freizeit jetzt mit deiner Freundin benutzen würdest, das ist ja wieder ein anderer Jam. Aber nur für den Stream und Streaming-Technik dahin stellen, lohnt sich nicht. Also, ich würde dafür sowieso kaum bis keine Technik noch dazukaufen müssen. Dann geht's. Also von daher wäre das jetzt kein Dealbreaker, so in dem Sinne. Hier, da vorne liegt noch eine Sony-Cam, die wartet quasi nur auf sowas. Ja, ja, ja. 5100 oder so? Ja, 5100. Kann ich abkaufen? Brauchst du eine? Ich brauche auch eine. Okay, scheiße, muss ich nochmal kaufen. Ja. Fuck. Nein! Schade. Es hätte ja klappen können. Das habe ich mir auch immer vorgenommen. Das hatte ich in Dresden. In meiner ersten Bude habe ich mir extra einen zweiten Schreibtisch hingelegt und ein Kabel und ein Dings hingelegt, ein zweites Mischpult und so eine Scheiße, weil ich immer gedacht habe, irgendeiner kommt vorbei. Aber wir sind halt einfach, Streamer sind einfach fucking Einsiedler, die wollen in ihrem Haus nichts haben. Die wollen nicht mit anderen Leuten auf der Couch sitzen und so tun. Und wenn sie das machen, machen sie das in der Event-Location. Alles andere ist so selten, dass man das gar nicht machen braucht. Und es ist ganz, also ich sage es so, wie es ist, fühlt sich zu Hause auch einfach nicht geil an, wenn irgendeiner in deinem Territorium ist. Wenn Sascha sich auf meinen Stuhl setzt und an meinen Mischpult-Reglern rumfummelt, weil der findet, dass das zu laut ist, dann wäre ich wahnsinnig. Als er, ich weiß gar nicht, wann das war, irgendwann war er mal hier und hat daran rumgefummelt. Mit dir ist das nicht in Ordnung. Ich sitze halt wochenlang dran und stelle das ein und du schiebst da rum, weil dir das nicht passt oder was? Sag mal. Nee. Ist auch, woanders streamen, ist auch nicht geil. Es ist einfach, es ist auch, es ist nicht geil. Es ist nicht dein Mikrofon, du hörst dich nicht so an, wie du, wie du dich anhörst. Es ist nicht deine Technik, es ist nicht dein Headset, es ist nicht deine Maus, es ist nicht dein Schreibtisch, es ist nicht dein Stuhl. Alles ein bisschen an einer anderen Stelle, es ist nicht so gewohnt, wie man es, wo es so hingehört. Ja, ja. Bin ich, bin ich ganz bei dir, bin ich, bin ich wirklich ganz bei dir. Mir fällt nochmal eben kurz was ein, was ich einwerfe, bevor ich es vergesse. Ja. Der Julian von Elgato, kennst du auch, der hatte gestern getwittert, dass Elgato Wave bekommt oder Wave Link, die Software bekommt VST Plugin Support. Hm. Ja. Ist jetzt für dich nicht spannend, weil deine Audio-Hardware, da kann man kaum noch oben was draufsetzen. Verstehe ich. Doch. Für, ich benutze jetzt seit, seit ein paar Wochen, äh, dieses Wave Link, äh, Wave Link XLR. Ähm, schönes Audio-Interface, äh, hat natürlich den Nachteil, dass es halt nur einen Ausgang hat, sozusagen. Das ist für mich auch ein Bummer, aber die Software unterstützt dann demnächst VST Plugins nativ. Freue ich mich drauf. Ich suche, ich suche das, das Mischpult. Warte. Was denn für ein Mischpult? Ach, die, die Nummer da drüber. Hm. Ja, klar. Ich find's aber leider nicht. War ja das, da geht ja mal richtig, der Stift, Junge. Ha! Warte. Äh, das kennt man noch von früher, wenn man bei Kumpels war und war an einem anderen PC, es hat sich auch fremd angefühlt, ja. Beim Streaming ist das nochmal eine andere Nummer so, weil, ähm, wenn du jetzt von einem Event streamst, dann kommen sowieso ganz viele Leute in deinen Stream, die dann irgendwie sagen so, bist du auf der Dreamhack? Und du sagst, ja, steht überall und man kann's erkennen, ich bin auf der Dreamhack. Du klingst aber anders. Ja, ich hab halt nur das Headset heute und ich hab kein, Ich hab's dir geschickt. Okay, okay, okay. Ich hab's auch in mein Chat mal reingeposit. Ich pack's nochmal, ich pack's nochmal in mein Chat auch nochmal rein, ne? Yamaha TV, TF-Rack, 1.989, 98 Euro. Ja. Lieferbein, drei bis vier Wochen. Ja. Was kann denn dieses Gerät jetzt besser als das, was sie benutzen? Erstmal sind da andere Bauteile drin verbaut. Ach so. Ja, die theoretisch ein bisschen angenehmer vom Klang her sind und dann ist deren Software ein bisschen angenehmer gestaltet als die, die von, von dem Soundcraft. Mhm. Mhm. Aber vom Grundprinzip schon sehr ähnlich, ne? Die sind vom Grundprinzip wirklich sehr, sehr ähnlich, ja. Mhm. Kost auch jetzt, also wäre das jetzt so ein, wäre das jetzt bei dir so eine Sache, das Alte raus, das Neue rein, oder wäre das jetzt eher so, Beides? Man, man muss sich da, ja, okay, man muss sich da wieder ein bisschen reinfuchsen, ne? Nee, man muss sich ein bisschen, naja, es wird, denke ich mal, ähnlich sein, aber es hat halt, das, das hat jetzt von der, von der Sache her kann es nicht wirklich sehr viel besser. Es ist einfach, also es ist halt Yamaha, Yamaha hat ein bisschen schönere Bauteile drin, die Software auf dem Ding ist ein bisschen ausgereifter und am Ende können die beide dasselbe, nur dass du halt 64, glaube ich, Ein- und Ausgänge via digital hast. Ich finde die Rückseite von dem Gerät auch schon sehr beeindruckend, ne? Diese, diese Batterie an XLR-Eingang. Das ist übrigens auch ein Ding, was ich geil finde, also warum ich das wirklich geil finde, weil du, äh, weil du das hinten hast und nicht vorne. Weil beim, beim Soundcraft ist es vorne, das finde ich persönlich nicht so schön. Und das, das Ding, das Geile ist halt, du kannst am Gerät steuern, was halt auch mega sexy ist. Äh, hallo Thoman, ja, ich, äh, bin Streamer und, äh, ich, äh, möchte meinen Sound neu machen und ich bräuchte ein Mischpult. Ich hab mir da was rausgesucht, ähm, es handelt sich hier genau um das Yamaha TF-Rack. Ja, ja, für mich alleine. Ey, ohne Scheiß, du wirst lachen. Leg doch auf, der leg doch auf, ich bitte dich. Du wirst lachen, ich hab gestern mit Michel, mit einem Kollegen gesprochen, der, äh, mit dem ich immer Rennen fahre und der hat mich gefragt, ja, sag mal, was hast du denn, mit was mischst du denn deinen Sound zusammen? Und der ist halt sehr, neu, was das angeht und, unverbraucht. Oh, genau, unverbraucht. Und dann hab ich ihm das Ding geschickt und das kostet ja auch schon 1,1 und der guckt vorne dran und dann, das erste, was er mir geschrieben hat, das ist doch nie im Leben voll. Ich ihm ein Foto geschickt, es ist voll, was hast denn du da alles dran? Ja, und dann versuch das Menschen mal zu erklären, weil, also ich sag mal, für einen Orthonormalverbraucher oder Orthonormalstrimer ist das ja unwichtig. Weil, wofür? So, wenn du jetzt aber ein bisschen übertreibst, dann brauchst du das ja, also, baust du das ja auch alles ein. Und es haben super viele Leute so ein Gerät mittlerweile. Und auch sinnvoll. Wir haben das vor ein paar Monaten mal durchgespielt und mal angeschaut, was man damit machen kann, was man nicht damit machen kann, dies, das, blablabla. Also man kann ja quasi alles damit mischen in dem Audio-Part. Ich muss ganz klar sagen, ich hab mich definitiv gegen so eine Lösung entschieden. Auch die kleinere Version, die kostet 300, 400 Euro, glaube ich, von dem Soundcraft. Die kann ja schon eine Menge. Und auch, dass du mal eben, ich weiß nicht, ob die Kleine das auch kann, dass du mal eben auf ein Tablet das Mixer draufpacken kannst und über eine Website das Ganze mixen kannst. Das ist ja super. Da müssen wir gar nicht drüber reden. Also die Funktionen, die du mit den Geräten halt dazubekommst, die sind schon sehr, sehr, sehr vielfältig. Und wenn du viele Quellen zum Mischen hast, why not? Aber unterm Strich, ich hab, wie gesagt, ich hab mich da komplett dagegen entschieden. Ich fahr da eher so die minimalisierte Version und ich bin mit meiner Lösung auch noch nicht ganz zufrieden. Ich hab bei, hier Epos Vox ein Audio-Interface gesehen. Das hat einen Ausgang, zwei XLR-Eingänge und kann quasi sowas wie Limiter, EQ und so ein Scheiß halt alles schon in dem Gerät selber halt verarbeiten. Für Pi mal Auge 200, das find ich auch noch ein interessantes Audio-Interface für mich. Aber wenn das jetzt mit den VST-Plugins noch von Elgato kommt, was will ich denn jetzt da noch mehr? Ich mein, du kannst ja mittlerweile wirklich alles für einen schmalen Taler lösen. Ja. Kannst du ja so. Wenn du bereit bist dafür, wenn du bereit bist dafür, ist das ja auch völlig fein so. Also wenn du mit Plugins rumspielen willst und keine physischen Regler brauchst, dann ist das ja alles supi. Ich möchte zum Beispiel immer physische Regler haben. Ich möchte das physisch anfassen können. Und ich möchte auch ein physisches Gerät haben, was das macht. Sei es Kompressor, Mixer, Limiter. Ja, aber bei deinem Mischpult hast du keine physischen Regler. Du hast ein Tablet, auf dem du rumtouchst. Ja, natürlich, aber das meine ich mit physischen Regler, die ich halt wirklich, wo ich mit dem Finger dran gehe und dann einen hohen runterziehen kann. Alles klar. Also, das meine ich mit physisch. Halt, alles da. Auf einen Blick. Und nicht mit tippitappi und dieses Plugin, das. Das ist nicht so. Ja, verstehe ich, verstehe ich, verstehe ich, verstehe ich, verstehe ich. Verstehe ich sehr gut. Ist halt auch Optik so. Wenn hier so ein Tablet steht, wo alles drauf ist und dort, das sieht halt nach deinem, ne? Mhm. Ist ja auch ein bisschen, man muss ja auch mal, das ist halt auch das Geile an dem Mischpult von dem Yamaha-Ding, da ist das vorne halt drin. Stell dir mal vor, das hängt in einem Serverschrank drin und das lacht dich da drin an. Kurze Rückfrage auch aus dem Chat, hattest du mal Probleme mit der Software oder dass du halt das Mischinterface nicht aufrufen konntest oder irgendwie sowas? Ja, hatte ich auch schon. Dann Neustart und geht. Genau. Ich hab das, ab und an mal fährt die Hütte nicht hoch und dann, weil bei mir ist es ja so, ich weiß auch noch nicht genau, ob das Mischpult das sehr gut findet, aber ich mach ja meinen ganzen Tower, mach ich ja einfach über den Netzstecker aus und dann geht alles wieder an und manchmal bootet er nicht komplett durch, ja. Manchmal. Nicht immer, aber manchmal. Yes. Und darauf muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich Sascha immer noch super dankbar, weil der hat das das allererste Mal gekauft, glaube ich, von, ich glaube, Gronkh war der Erste, der das hatte. Ich glaube, Gronkh hatte das, als Erste, Sascha hat mir das gezeigt, ich bin sehr dankbar über dieses Ding. Das war die geilste fucking Anschaffung EU-West. ist einfach Period das geilste Ding gewesen. Also, wenn ich mir schon überlege, also nur der, nur der, zum Beispiel am Wochenende, am Wochenende war es Pflicht, dass ein Client im Discord ist, weil dort Strafen ausgesprochen werden. Und du kannst halt wirklich in Sekunden über das MacBook ins Discord gehen, kannst die Leinen hochschieben und alle können über dich den Scheiß hören. Und dadurch, dass du so viel Möglichkeiten hast, diesen Kack zusammenzubauen, durch dieses Interface und Aux-Sands und Gruppen, Subgruppen und so einen ganzen Scheiß, kannst du so viel Kacke machen, dass es einfach oh, jeden Pennywert gewesen. Ehrlich. Jeden. Möchtest du noch mal kurz erklären, wie Toro gerade sein, sein Audio-Chain aussieht? Ich habe das schon wieder so ein bisschen vergessen, glaube ich. Also Toro hat einen Mischpult und in diesem Mischpult ist ein Mikrofon drinne und sein Streaming-PC oder sein PC und das geht der, nee, nee, Quatsch, da ist sein Mikrofon drinne und der Main-Out von diesem Mischpult geht in seine Loop-Station und die Loop-Station ist via USB an den PC angeschlossen und der PC gibt den Sound in die, nee, der PC gibt den Sound in, der PC gibt den Sound dann irgendwie aus und irgendwas auf den Kopfhörern ist. Ich kriege das auch nicht zusammen. Das ist so weird. Also es wirklich Funktioniert für ihn halt, ne? Ja, natürlich. Na klar. Ist für mich völlig abstrus, muss ich ganz ehrlich sagen. Also als sie mir das erzählt hat, hatte ich wirklich auch selber Schwierigkeiten, das zu verstehen. Ein bisschen Kopfschmerzen. Naja, das Ding ist halt, das habe ich mir abgewöhnt, bei Menschen Kopfschmerzen zu haben, weil die wissen es nicht. Also, nee, was heißt, sie wissen es nicht besser? Sie wissen es nicht besser, ist der falsche Einsatz. Sie kennen keinen anderen Weg. Sie kennen keinen anderen Weg und wollten halt auch vielleicht nie einen anderen Weg ausprobieren. und ich glaube, Toro ist auch nicht so hardware-affin, habe ich so das Gefühl, wenn man mit ihm spricht, was ja auch nicht schlimm ist. Ey, Hauptsache, die Scheiße funktioniert so am Ende, ne? So, und was der, was man nicht hat, kann man nicht vermissen, so, ne? Also, ganz ehrlich, wenn mir einer, alles das hier weg, ich kann nicht mal mehr an einem Schreibtisch sitzen. Kann ich nicht. Ich kann das nicht, wenn, also wirklich, wenn ich zu Leuten zu Besuch fahre und ich sehe deren Setup und die sagen mir, ja, du kannst jederzeit von hier streamen. Ne, kann ich nicht. Ey, kann ich nicht, tut mir leid. Also, wenn ich schon so einen Zweikanal-Mixer auf dem Tisch liegen sehe, sage ich, nee, geht nicht, sorry. Ey, dann mache ich lieber frei und streamen gar nicht so, weil das würde mich zu viel stressen. Aber für andere Leute ist das halt nicht so, ja, die haben das nie gehabt, die kennen es nicht anders, den Komfort. Ja, also zum Beispiel gibt es ja auch genug Menschen, die sagen, sie brauchen keinen Wischpult. Aber sie waren hundertprozentig noch nie in dem Genuss, in den physischen Schieberegler zu haben. Also, zu sagen, hier, ich mache jetzt lauter und leiser, also jetzt so, ne. Ich meine, du hast ja auch keins mehr, oder? Hast du deins abgeschafft? Ein Wischpult ist in Betrieb, da läuft der Mix rüber von dem Game-PC, Stream-PC, demnächst wahrscheinlich wieder ein Tablet als Soundquelle, muss ich mir nochmal angucken bin ich jetzt auch wieder auf dem Mischpult. Ja. Ich kann mich nicht selber monitoren, weil ich das nie mache, ich nutze das nie. Ich orientiere mich dann einzig und allein hier an den Pegeln von, also an dem Ausschlag von dem Audio-Mixer von OBS. und das hat auch seine Höhen und Tiefen, gerade auch, wenn du völlig unterschiedliche Stimmen hast. Eine tiefe Stimme braucht, also für mich jetzt als Gedankenschütze, braucht jetzt nicht so den kompletten Output, wobei eine hohe Stimme dann, also ist egal. Irgendwas lange Rede, kurzer Sinn, ich probiere da viel aus und das direkte Monitoren macht natürlich mehr Sinn und das ist auch scheiße, dass mein System das so nicht kann, aber solange ich das hier über das Audio-Interface mal ausprobiere und das wollte ich halt schon seit Ewigkeiten testen, seitdem ich es habe, ist das jetzt halt der Weg. Passt schon. Und das Mischpult ist super, keine Frage. Ich finde das immer noch so abgespaced, dass Menschen sich nicht selber hören. Ich weiß. Ich weiß. Aber ich möchte mich auch nicht die ganzen Tage selber auf meinen Ohren hören. Ich habe das immer ausgemacht. Noch schlimmer war es, ein Mischpult zu benutzen, bei dem man das nicht, bei dem man es immer nur gehört hat, wenn man über das Mischpult sich quasi angeschlossen hat. Das ist für mich so abstrus. Das ist für mich das Normalste der Welt mittlerweile ist. Also ich kann zum Beispiel gar nicht mehr ohne. Also ohne, das Ding ist halt, Moment, ihr hört mich gerade nicht. So, wenn ich jetzt aber so rede, dann ist das halt, man muss sich das halt immer vorstellen wie die, wie die Earpods. Die Earpods haben ja die Funktion, dass man das umstellen kann. Entweder hast du ein Noise-Canceling drin oder du hörst alles, was um dich rum ist. Und wenn du jetzt dich nicht hörst, ist das wie ein Noise-Canceling. Aber wenn du es anmachst, ist es so, als wenn du es von außen hörst. Und für mich ist das wirklich mittlerweile das Normalste der Welt geworden, das zu hören. Ich habe ehrlich gesagt ein Problem damit, die ganze Zeit total was Lautes auf meinem Ohr zu hören. Ich regle meine Kopfhörer auch immer relativ leise. Und wenn ich dann mich die ganze Zeit beim, man spricht ja beim Streamen meistens sehr viel, also gerade auch so jetzt in diesen Phasen, wenn ich dann noch immer meine Stimme noch mal verstärkt auf meinem Ohr hätte, ey, da werde ich abends Ohrschmerzen, wirklich. Echt? Ich habe keinen Bock drauf. Ich bin da echt empfindlich, was so dauerhaft laute Geräusche angeht, ja. Ist so. Hatte ich früher vielleicht nicht so, aber jetzt seit ein paar Jahren mag ich das nicht so gerne. Ich regle das eher ein bisschen runter. Und dann spielst du Tarkov? Tarkov ist 90% leise und dann wird geschossen, es ist laut, da will ich auch alles hören, da will ich auch Steps hören und so weiter, das höre ich auch alles. Aber 90% ist Tarkov eigentlich kein lautes Game. Okay. Das stört mich auch nicht, aber so dieses, aber die ganze Zeit die Stimme auf dem Ohr, das ist die, dann wird dann Trommelfeld die ganze Zeit von deiner Stimme massiert, so, das will ich nicht. Okay. Ja, ist ja auch vollkommen okay. Ist ja, also, ist ja wirklich völlig legitim. Oh ja. Da haben wir, wir haben übrigens schon wieder zwei Stunden voll. Wir haben schon wieder zwei Stunden voll. Wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, dass wir nächste Woche mal einmal aussetzen. Ja, wir werden nächste Woche einmal aussetzen, ja. Und zwar ohne triftigen, legitimen Grund, einfach weil, weil ich, weil ich der Meinung war, hey, lass uns doch mal, lass uns doch mal eine Woche aussetzen und dann hast du gesagt, ja, ist ein bisschen kurzfristig für heute eben abzusagen und dann hat es bei mir Klick gemacht und dann hast du nicht gesagt, ja, stimmt eigentlich schon. Stimmt eigentlich. Ey, man kann auch zehn Minuten vorher sagen, ey, sorry, heute ist kein Hardcast, Alter. No, beide gehen so um 18 Uhr offline, weißt du so. Nee, heute kein Hardcast, mach gut. Nee, mach gut, heute nicht, ja. Ja. Ja, nächste Woche ist Hardcast-Pause, Chad. Weil wir haben auch, ehrlich gesagt, glaube ich, gerade aktuell wenig, wenig Themen. und ich glaube, das ist mal ganz erfrischend, so mal ein bisschen Luft zu holen auf den Kopf und dann sich da wieder zu regenerieren, weil bei uns ist ja aktuell, bei uns passiert ja auch gerade hardware-technisch nicht so extrem viel, dass man das auseinanderjackeln kann. Aber ihr könnt ja auch sehr gerne, ähm, äh, ihr könnt auch sehr, sehr gerne uns unter den ganzen Podcast-Dingern, könnt ihr uns ja auch hinterlassen, was ihr für Vorschläge habt, oder uns bei YouTube, also auf meinem YouTube-Kanal, das, ähm, äh, uns hinterlassen, Feedback. Ihr könnt auch so in der, ähm, im Stream selber auch immer irgendwie, denke ich mal, was vorschlagen als Themen. Wir sind da gerne offen, weil ich glaube, so gefühlt haben wir alles durch nach 20 Folgen. Muss ich mir überlegen. 20 Folgen, Alex, haben wir schon gemacht. Ne, heute ist die 20. Folge. Sollen wir, sollen wir, sollen wir, äh, die Staffel 1 vom Hardcast ist jetzt damit durch und, äh, die nächste... 21 sogar. Ich würde sagen, wir machen heute Staffelende. Heute ist Staffelende. Staffelfinale, Leute. Das wusste Alex übrigens, deswegen hat er so kurzfristig gefragt. Alles geplant, ja, klar, total. Ja, dann machen wir. Immer vorbereitet. Dann machen wir Staffelende und dann kommen wir in der nächsten Staffel, äh, einfach mal brisant und sexy wieder zurück. Hm, rasiert. Okay. Wie sieht's eigentlich... Dann mach ich jetzt mal den... Ja, bitte. Ich soll kurz was fragen. Wie sieht's eigentlich mit dem YouTube-Kanal von diversen Streamern hier aus? Ich weiß nicht, ob da nochmal... Also, also ich empfinde mich, also ich empfinde, äh, 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 ich empfinde mich, äh, ganz eindeutig als Mann, nicht divers. Muss ich mal jetzt mal fortführen. Oh, jetzt wieder. Weißt du, was vielleicht für Staffel 2 eine gute Idee wäre? Wenn wir uns zusammen schöne Techie-Videos angucken und dann darüber so ein bisschen philosophieren, das wäre auch vielleicht nicht schlecht. Jim und Dizzy als, als Format, wir, wir gucken uns einfach, äh, gemeinsam mal so ein kleines Tech-Tipps-Videos an oder sonstiges dergleichen. Wenn's die richtigen Videos sind, ja. Ja, natürlich. Na? Na, nicht irgendwelche Gurken-Videos, sondern gemeinsam halt mal, das wäre doch auch mal ziemlich cool eigentlich. Wollen wir mal ausprobieren, ja? Ja. Also halt so als Special. Ja. Ja, 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 so, so, genau. Mal testen, mal ausprobieren, als Special, einfach mal, äh, so zwischendurch. Ja. Bin ich dabei. Das ist aber kacke als Podcast. Wieso? Der Podcast kann doch trotzdem hören, was, äh, da gesagt wird in dem Video. True. Tja, es ist halt hier, wir sind nun mal auf Twitch, ne? Wir produzieren hier nicht einen Live-Podcast, sondern wir, wir produzieren hier einen Stream. Dann müssen halt auch die Podcast-Zuhörer ab und an vielleicht mal in den Stream reinjetten und, äh, sich hier mal breit machen, mal ein bisschen chatten mit uns, nicht? Bin jetzt mal ehrlich, der Podcast auf den Podcast-Plattformen, der soll nur hier neue zahlungswillige Subscriber in unsere Streams reinloggen. Das war, das war von Anfang an der Plan und das wird durchgezogen, bis die Schallmauer durchbrochen wird. So ist es. Genauso sieht es nämlich aus. Weil es ist nämlich auch wichtig, dass wir uns mal Klamotten zulegen können, mal was zu essen und vielleicht auch irgendwann mal eine Couch oder sowas. Ja. Eine Couch, ein YouTube-Channel, eine Kappe, die mir passt. Weißt du, was das Problem mit dieser Cap ist? Also, pass auf, ich höre dich jetzt nicht. Ja, die sind sowas von stramm, wenn ich den ganzen Tag auf dem Kopf habe und das ist schon das vorletzte Loch, weiß ich, ich kann die nicht mehr abnehmen. Und wenn ich auf das letzte Loch mache, dann hält das nicht. Die ist zu klein. Wäre auch geil, wenn Jim und Dizzy komplett ein Auto mit Technik ausrüsten. Ja, damit kenne ich mich super aus. wow, also jedes Mal, wenn ich den Stream ausmache, gehe ich sofort in meine Autowerkstatt und ich bastel nur Autos mit Technik voll. Top. Sie. So, ich mache mal das Ende. Ja, Chat, achso, man darf die, ich habe gestern, habe ich eine richtige Anreinzeit bekommen, würde jemandem wehtun, wenn ich so mache. Darf ich das nicht machen? Mach was du willst, das ist deine Mütze. Ja, das ist meine Mütze, genau, so nehme ich. Wenn du das magst, dann mach das. Es gibt keine Vorschriften dafür. Sehr gut. Meine Damen und Herren, das war überraschenderweise das Ende der ersten Staffel vom Hardcast-Format, was wir mal einfach aus Jux, Dollerei und weil wir mal Bock drauf hatten, gestartet haben. Wir haben echt über mehr, deutlich andere Themen gesprochen, als am Anfang bei unseren Vorgesprächen überhaupt mal geplant war. Ich glaube, wir sind wesentlich weniger technisch unterwegs gewesen, als wir beide am Anfang gedacht hätten und das finde ich sehr, sehr angenehm. Und deshalb hoffe ich, dass die nächste Staffel genauso weitergeht. Wir machen nächste Woche eine Folge Pause und dann... Vielleicht auch zwei. Vielleicht auch zwei. Wir lassen uns die Option einfach offen, vielleicht machen wir auch zwei Pause. Weißt du, es kann ja sein, es kann ja mal was dazwischen kommen. Oma hat Kuchen gebacken und man muss zu Oma, aber man weiß es nicht. Wir lassen uns die Optionen machen. So sieht es für mich aus. Fahre fort, entschuldige bitte. Ich wollte nicht reinrassen. Ich wollte mich nur verabschieden. Ich wollte sagen, das war eine sehr angenehme Staffel. Vielen Dank auch an dich, Nils. Und ich bin da auch sehr unvollgenommen reingekommen. Und ich glaube, wir haben uns am Anfang... Also wir haben uns nicht gestritten, aber am Anfang gab es schon mal so... Also am Anfang die üblichen Reibereien waren so ein bisschen da, oder? So kommen die ersten zwei Folgen, dass ich mich so ein bisschen so... Dachte so, was meint der Mann? Doch, ich glaube schon. Ich glaube schon. Ich glaube, wir haben uns einfach nur ganz normal unterhalten. Also ich meine, ich könnte auch immer noch auf dir rumhacken, dass du deinen YouTube-Kanal immer noch nicht befeuert hast mit dem Zeug. Aber das lasse ich einfach. Weil da platzt mir halt wirklich die Hände an Alex, dass du das immer noch nicht gemacht hast, weißt du? Aber ey, das ist auch an der Stelle... Wir wachsen ja gemeinsam, verstehst du? Dieser Podcast ist ja auch... Oder dieser Videocast, oder wie auch immer wir das nennen, der Hardcast, der ist ja für uns auch eigentlich eine Therapiestunde jeden Mittwoch. Ja, auf jeden Fall. Therapeutisch. Ich will dir heute gar nicht ins Wort fallen, dass du mir so weißt. Nein, ich habe nur was in Anmerkung gemacht. Es hat auf jeden Fall eine therapeutische Wirkung. Fertig. Meine Damen und Herren, ich bin für den... Für diese Staffel bin ich raus. Ihr hört jetzt von mir nichts mehr aus. Aber vielen Dank, dass ihr dabei geblieben seid. Und ich freue mich auf die nächste Staffel. Eine, vielleicht zwei Wochen Pause. Und dann, ja, sind wir wieder hier. Dankeschön. Tschüss. Sie gehören dir. Alex, dankeschön für diese wundervolle Staffel. Ich fand es wirklich sehr toll. Nachdem wir ja damals Anfangsschwierigkeiten hatten miteinander, bei... Ich entsinne mich bei dem Interview oder dass du mir deine Vlog-Kamera direkt ins Gesicht gehauen hast. Wir waren noch nie so wirklich verbunden miteinander. Und ich hatte wirklich nicht gedacht, dass es so gut funktioniert. Also ich hätte wirklich ernsthaft nicht gedacht, dass wir so viel Spaß haben für die zwei Stunden. Und dass wir auch immer die zwei Stunden so gut füllen. Also gerade heute zum Beispiel, wo wir diese Random-Tüte aufgemacht haben, wo wir uns ein bisschen über Technik, über andere Sachen unterhalten haben. Und ich finde das... Ich muss dir ganz ehrlich sagen, das fühlt sich immer an, als wenn wir uns Mittwoch in der Kneipe auf ein Bier treffen und dann schlattern wir einfach mal los, was so passiert ist. Und das fühlt sich echt gut an und macht wirklich sehr viel Spaß. Entschuldigung, wir trinken natürlich kein Bier. Gerold Steiner, Sie können bei Staffel 2 immer noch einsteigen. Wir trinken beide euer Wasser. Jederzeit. Gerne. Jetzt habe ich doch wieder was gesagt. Das kann ich nur so wiedergeben. Dankeschön. Und in diesem Sinne freue ich mich wirklich sehr auf Staffel 2. Vielleicht gibt es ja in Staffel 2 auch ein bisschen mehr Chat-Aktivität und wir greifen uns einfach mit Feature-Chat so ein paar Sachen auch noch mit auf. Einfach nur, damit es ein bisschen interaktiver wird. Und schöner für euch, dass ihr nicht immer nur zuhören müsst. Ist nur eine Idee. Mal sehen. Vielleicht unterhalten uns alle, vielleicht unterhalten sich ja Alex und ich doch noch mal irgendwann länger als drei Zeilen im Discord. Wobei das wirklich, ohne Scheiß-Chat, es sind nie mehr als drei Zeilen, die wir uns unterhalten über Dinge. Es ist eigentlich, hast du Grafik, hier hast du Grafik, alles klar bis Mittwoch. Und mehr machen wir wirklich nicht. Und mehr ist auch nicht geplant. Und das ist auch das Schöne an diesem Format, dass das alles sehr ungezwungen und sehr ungezwungen ist und dementsprechend sehr, sehr schön. An dieser Stelle Dankeschön an alle Zuhörer da draußen. Egal auf welchen Plattformen, alle Zuschauer, die bei YouTube auf meinem YouTube-Kanal waren. Zukünftig auch bald, schätze ich, auf Alex seinem Kanal. Wer hat ja jetzt zwei Wochen Zeit, sich da mal drüber Gedanken zu machen. Und dann wünsche ich euch allen einen wunderschönen Abend. Vielen Dank fürs Reinseppen. Küsschen aufs Nüsschen und denken Sie daran, es ist noch September und Twitch Prime ist kein Crime. So, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.